Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 119, lieber Deffner. Und eigentlich wären wir jetzt in den Schweizer Bergen, in den Alpen und würden im Schneetollen uns mit Schneebellen bewerfen. Und wären in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum und würden klugen Menschen zuhören. Und was haben wir? Stattdessen sitzen wir hier im Studio. Und ich höre dem Zschäpitz zu. Das ist jetzt kein Gegensatz, lieber Deffner. Ich finde schon, aber gut. Da, wo es am schönsten ist, da ist der Kollege Zschäpitz schon häufig zu Gast gewesen. Ich war ab und zu mal mit dabei, war immer eine gute Zeit. Wobei, ich musste ja immer draußen stehen als armer, friender TV-Reporter. Das ist der weniger gute Teil an der Geschichte. Du darfst ja wenigstens drinnen sitzen, musst zwar auch hart arbeiten, aber wenigstens warm. Die härteste Woche des Jahres, muss man sagen. Da ist man ja wirklich rund um die Uhr dabei. Weil das Schöne ist ja, man trifft auch so einfach zufällig, dann aber so, ey, dann ist einfach der Stiglitz da, dann ist der da und der. Und dann trifft man die und dann sagt man so, ja, hallo. Und dann haben wir auch schnell mal ein Interview. Der Zschäpitz und der Stiglitz, ne? Du und du mit den Nobelpreisträgern. Nein, aber du triffst ja, du hast ja als großer Twitter-König, da wird der Kollege Schuldensühner schon immer erkannt. Das habe ich dann immer auch als Zeuge miterleben dürfen, wie ihm gehuldigt wird, ja, dem großen Twitter-König unter den europäischen Wirtschaftsjournalisten. Also muss ich schon sagen, Respekt, da hast du wirklich eine Fangemeinde unter sehr, sehr honorigen Menschen. Und ich fand es auch, das Spannendste fand ich immer, wenn wir bei George Soros waren beim Dinner. Der hat ja dann immer geladen und seine Sicht auf die Welt kundgetan. Das war ein bisschen dystopisch immer, aber doch natürlich voll von einem. Der war immer on point. Der hatte schon, als wir alle noch Social Media für gut befunden hatten, hatte der schon gewarnt. Der hat vor China gewarnt, der hat vor anderen Autokraten gewarnt, vor Russen. Er ist ja mit seiner Open Society aktiv und ja, das war irgendwie einer der spannenderen Termine. Wenn man George Soros danach sah, dann war er in dem Hotel und lud dann ein und dann saßen wir da alle und er hat dann seine Rede gehalten. Und ja, ich weiß nicht, wie lange er das noch machen kann. Also er wurde schon über die Zeit älter. Man merkt es schon, es fiel ihm schwerer, da seine Thesen zu formulieren. Aber ja, es war auf jeden Fall spannend. Tja, aber dieses Jahr auch wieder kein Live Davos, nur ein digitales. Aber das hat natürlich nicht diesen Charakter. Es lebt natürlich auch davon, dass dort reale Menschen zusammentreffen. Also ein Metaverse Davos funktioniert. Aber ich habe einen Bär mitgebracht aus diesem Metaverse Davos. Das kann ich schon mal hier als kleinen Cliffhanger anbinden. Ein Panda-Bär aus China. Ja, genau. Das ist ein kleiner Hint. Dann hätten wir das schon. Das kleine Rätsel. Das kleine Rätsel. Wer könnte das sein? Wer hat die Eröffnungsrede gehalten in diesem und im letzten Jahr? Und wer war auch 2017 da und war der große Hoffnungsträger? Und mittlerweile hat es sich sowas von, naja, was soll ich sagen? Kannst du dann ausführen? Ja, wir haben ja noch viel mehr, natürlich müssen wir über die Märkte reden, die mal wieder in Zinsangst sich geben fast, muss man sagen. Also die Aktienmärkte gebeutelt von den Zinsen. Interessant, dass jetzt die deutsche Bundesanleihe ja auch quasi auf dem Sprung in positive Renditen ist, ja, 0,002 Prozent war heute nur noch das Minus. Also das ist jetzt zum Greifen nahe, dass der deutsche Staat dann bald wieder Zinsen zahlen muss. Oh, wow, wow. Und wir haben nochmal richtig Gewinn gemacht im letzten Jahr noch, weil wir alte Anleihen begeben haben und da fällt ja immer noch ein Gewinn an, weil die ja noch mit höheren Coupons ausgestaltet sind. Und wenn du die dann begibst, machst du sofort einen Milliardengewinn. Und dieser Milliardengewinn aus Anleiheverkäufen hat 10 Milliarden im vergangenen Jahr gemacht. Also 10 Milliarden nur mit solchen Zinsdingern. Deswegen müssen wir auch so niedrige Zinsen zahlen wie noch nie, obwohl die Schulden so hoch sind wie noch nie. Und das kann natürlich irgendwann mal nach hinten losgehen. Aber ich glaube, welcher Zins viel entscheidender ist, ist der amerikanische Zins. Da ist die zweijährige Anleihe erstmals über einen Prozent gegangen. Und diese zweijährige Anleihe ist ja immer so ein bisschen der vorlaufende Indikator für den Leitzins. Und wir haben ja die Wette hier letzte Woche hier gemacht. Ein Prozent meine ich ja, da geht es nicht drüber. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn das Ding jetzt weiterläuft. Dann ja, manchmal überschießt es auch. Aber ich würde sagen, ein Prozent ist schon mal… Nicht, dass ich mir das wünsche, aber ich glaube, realistischerweise wird das kommen. Jamie Dimon, der Chef von JP Morgan, der kann sich sogar sechs oder sieben Zinserhöhungen in diesem Jahr vorstellen. Die Märkte rechnen ja aktuell mehr mit vier Zinserhöhungen. Das hieße dann ungefähr ein Zinsniveau, wenn es jeweils einen Viertelprozentpunkt gibt, dann sind wir im Bereich 1 bis 1,25 Prozent. Nee, dann hätten wir 75 Basis. Bei vier. Achso, stimmt. Da hast du recht. Ich kann nicht rechnen hier. Und naja, aber wie gesagt, das ist natürlich was, was die Märkte momentan schon umtreibt und belastet. Aber auf der anderen Seite, wir haben ja das letzte Mal ausführlich darüber diskutiert. Ich habe jetzt gerade auch nochmal gelesen, dass seit 1989 gab es sechs Phasen mit steigenden Leitzinsen und sechs Phasen, in denen die Zinsen gesenkt wurden. Und in dieser Zeit ist dann, in der Zeit der Zinssenkungen sind die Zinsen, die Rendite beim S&P 500 war in Phasen steigender Zinsen doppelt so hoch und beim Nasdaq sogar mehr als dreimal so hoch wie in Zeiten der fallenden Zinsen. Also man muss es dann wieder doch im größeren Kontext sehen. Warum? Weil natürlich erstmal reagiert man da negativ, aber dann merkt man im Moment, Zinsen steigen ja vor allem auch, wenn es Konjunktur sich erholt, wenn es der Wirtschaft gut geht und wenn auch dann die Unternehmensgewinne wieder steigen. Und das ist natürlich dann der Hauptfaktor eigentlich für Aktienkurse und das sollte auch dieses Mal wieder so sein. Das ist aber nur dann so, wenn du im normalen Wirtschafts- und Zinszyklus bist, wenn du behind the curve bist, was ja viele denken, also wenn du weit hinter der Entwicklung eigentlich zurück bist, dann funktioniert das nicht so. Also ich wäre dir nicht so sicher, dass dieses klassische Muster Zinsen rauf, Aktien rauf, genauso funktioniert. Man muss natürlich sagen, es ist natürlich schon viel Umbewertung, hat schon stattgefunden. Ich habe jetzt nicht mal einfach den Hardax aufgemacht, wo ja die 100 größten deutschen Werte drin sind. Seit Jahresanfang, da ist halt eine K plus S 23 Prozent nach oben und eine Nemetschek minus 28 Prozent. Das ist so klassisch die Hype-Aktie, die hochbewertende Nemetschek minus 28 und K plus S ist so ein klassischer Value-Wert. Oder Deutsche Lufthansa 15 Prozent, Wacker Chemie 14, Henkel plus 13. BMW plus 12. Also sieht man halt schon. Und wenn man auch, es gab heute die Fondsmanager-Survey von Bank of America, da sind die Fondsmanager schon so doll in Value umgestiegen, haben schon so umgeschichtet, dass man weiß nicht, wie weit das noch, wie der Prozess noch weitergehen kann. Also wenn man jetzt sagt, okay, die Zinsen steigen weiter und es wird weiter, weiß man nicht, ob es weiter diesen Trend gibt. Wir haben ja letzte Woche gewettet auf Value gegen Growth. Ich hoffe ja drauf oder setze drauf, dass es noch funktioniert, aber mal sehen, wie das am Ende ausgeht. Und man sieht ja auch selbst, die Value-Titel haben nicht jetzt so performt. JP Morgan hat ja selbst Zahlen vorgelegt. Goldberg und Sachs hat heute Zahlen vorgelegt. Banken gelten ja generell so als die Value-Titel. Und vor allem als Zinsgewinner. Auch als Zinsgewinner. Und dann sieht man einfach, die müssen wahnsinnige Personalkosten bezahlen und deswegen, die finden keine Leute mehr und deswegen sind die Kosten nach oben gegangen. Und Goldberg und Sachs hat deswegen auch heute, wenn wir es aufnehmen am Dienstag, einfach wahnsinnig enttäuscht. Die Aktie fällt, was JP Morgan ja schon am vergangenen Freitag gemacht hat. Also man sieht, selbst diese Value-Titel, weiß man nicht, läuft das wirklich so gut? Wir werden es sehen. Apropos Value-Aktien-Ideen, ich habe gestern Ulrich Hanke gehabt, der ein Börsenbriefschreiber ist, der hat drei Value-Aktien-Ideen mit Momentum, wie er sagte, mir vorgestellt. Value mit Momentum, das ist schön. Ja, die alle so guten Lauf hatten eben zuletzt. Chevron, hast du glaube ich auch, US-Ölwert. BNP Paribas, Bank aus Frankreich und Aurobis, die Kupferhütte. Die habe ich, Aurobis habe ich. Die Aurobis, der profitiert von einem steigenden Kupferpreis vor allem. Aber wir haben natürlich auch viel, das hat er so erzählt. Wir wollen ins Batterie-Recycling einsteigen. Also da gibt es auch viel Zukunftstechnologie, das ist ganz interessant. Aber die Aktie hat sich auch schon, glaube ich, so verdreifacht seit dem Corona-Tief ungefähr. Die ist super gelaufen. Also ich habe die auch. Aber das Problem, was ich da sehe, ist, die haben hohe Energiekosten. Und du weißt halt nie, wie das dann wiederum sich niederschlägt. Also es gibt halt so viele Komponenten, die derzeit da reinspielen. Und man weiß gar nicht, kann die dann ihr volles Potenzial irgendwie abrufen, wenn denn die Kosten steigen. Aber bei mir gab es natürlich nicht nur Value-Ideen, sondern auch Tech-Ideen in der letzten Woche, wie versprochen, an unserer Weihnachtsfeier. Den Kip Glockner habe ich jetzt zu seiner TV-Premiere verholfen. Hat er großartig gemacht. Ach, der war schon mal in der ARD? Echt? In der ARD? Der war schon mal irgendwie im Mittagsmagazin. Aber da gucken ja nur 80-Jährige zu, da kann er mit seinen Tech-Ideen nichts machen. War er da live, oder? Ich weiß es nicht, aber da irgendwie. Auf jeden Fall war er schon einmal im Fernsehen. Gut, er hat ihn mir nicht untersprochen. Sie haben immer gesagt, TV-Premiere. Okay. Im Privatfernsehen. Privat-TV. Ja, das ist gut. Premiere-Premiere. Seine drei Ideen. Ich hatte ihm auch gebeten, einen größeren Tech-Wert mitzubringen für Leute, die eben nicht jetzt nur Spezialitäten wollen. Da hat er Microsoft als Idee gehabt. Dann die hinlänglich bekannte SIP-Recruiter, die Personal-Online-Website und Samsara, ein Pionier für Connected Operations Cloud, die Internet-of-Things-Daten nutzen, um Unternehmen zu ermöglichen. Was zu optimieren, glaube ich. Du siehst halt, wo alles sich bewegt. Wo sich alles bewegt und wo der LKW gerade rumfährt, ob er gerade leer steht und was auch immer. Also sicherlich ein spannendes Feld. Ja, Microsoft fand ich interessant. Das ist ja schon im vergangenen Jahr gut gelaufen. Und das könnte dann auch die Aktie sein, die auch wieder auf drei Billionen gingen. Das hat er dann erzählt. Also jeder kann sich das noch angucken, das Video. Ich hatte noch ein paar andere. Heiko Thieme, Börsen-Urgestein. Okay, also alle, die jetzt die Sendung vom Defner verpasst haben, bekommen jetzt hier ihre Reden. Kann man auch alle sich nochmal anschauen im Internet. Heiko Thieme ist drei Ideen für 2022. Volkswagen, Intel, Baidu. Intel hatten wir auch hier. Das war eine der unterbewerteten Aktien. Baidu habe ich sechs. Intel war ja auch eine deiner Ideen für 2022. Die ist wahnsinnig unterbewertet. Absolut. Und Baidu finde ich auch. Also die Chinesen. Ich bin da auch wirklich, ich glaube auch, dass das die schnell. Aber China kommt ja noch. Ja. Volker Hellmeier hatte ich auch noch. Auch noch. Seine Ideen, Siemens, Deutsche Bank und Bayer. Also doch deutliche Value überhängt, muss man sagen. Bis auf Klöckner. Der hat ja noch, der bleibt bei Tech. Der bleibt bei Tech. Ist natürlich sein Stammfeld und wie ich bei About You und euren tollen, wirklich Gratulationen für den besten Alles-auf-Aktien-Gesprächs-Sonderausgaben-Podcast mit Tarek Müller am letzten Samstag. Wer es noch nicht gehört hat, unbedingt anhören. Ist zwar echt lang geworden. 1,48. Fast zwei Stunden. 1,48. Aber wirklich lohnen sich sehr. Sehr unterhaltsam und sehr lehrreich. Ich habe mich gut amüsiert und gut unterhalten und doch vieles auch gelernt. Ich meine, Einblick in Unternehmen, wie so ein Vorstellungsgespräch läuft in so einem Unternehmen, nach was gefragt wird. Aber auch der Typ ist einfach ein guter Typ, muss man sagen. Der einfach ein Unternehmer ist von der Pike auf mit 13 da schon angefangen. Wahnsinn, was der dann aufgebaut hat. Und dann aber auch diese langfristige strategische Ausrichtung. Ich finde, da kann man auch als Aktionär eben viel von ihm lernen. Ja, dass er einfach sagt, guck nicht immer auf den Aktienkurs. Lass dich da nicht Kürre machen. Sondern wir haben eine Strategie. Wir glauben an die und schauen nicht jeden Tag, wie uns gerade die Börse dann rauf und runter bewertet. Mit dem berühmten Spruch von Kostellani. Egal, wohin der Hund läuft. Und mal vor, mal hinten. Er hat den Dommermut zugeschrieben. Ich dachte so, dass er der Dommermut schreibt. Der ist ja noch zu jung dafür. Der kennt nicht André Kostellani. Der kennt André Kostellani nicht mehr. Und so weiter und so fort. Also da kann man so viel lernen für alle Lebenslagen. Er hat jetzt nicht so viele spannende Aktientipps dabei gehabt. Aber das ist ja nicht sein Metier. Aber ich glaube, man kann sehr viel verstehen. und ich habe dann gleich mir noch ein paar About-Aktien dazugekauft. Ein paar hatte ich ja schon. Da musste ich nochmal aufstocken. Ich glaube, dem traue ich wirklich zu, dass er sein Geschäft beherrscht. Also das ist wirklich ein sehr spannender Gast gewesen. Das stimmt. Und ich gucke mal, wo jetzt die Aktie notiert. Es hat auch wieder abgekauft. Boah, jetzt geht es ja richtig. 17,10 Euro. Ja, es kommt halt wieder alles unter die Räder. Also das ist auch so ein klassischer Wachstumswert, der runtergestuft wird. Ich habe ja so eine Studie von Goldman Sachs hatten wir ja. Und da konnte man mal sehen, nur weil der risikolose Zins von 0 auf 0,3 Prozent nach oben genommen worden ist, hat sich der gesamte Wert des Unternehmens die Aktie von 37 auf 32 gemacht. Also was man sieht, nur ganz kleines Drehen an diesem Zinsrädchen. Und dazu noch, das Risiko ist noch ein bisschen geschehen, der Beta-Wert. Das ist ja immer, wie verhält sich eine Aktie zum Gesamtmarkt von 1 auf 1,1. Also diese zwei kleinen Sachen reichen aus, um den Wert der Aktie von 37 auf 32 zu machen. 32 wäre immer noch fast eine Verdoppelung. Aber trotzdem sieht man halt, was der Zins für eine Kraft hat. Das ist natürlich klar, bei unprofitablen Unternehmen ist er so. Und das trifft natürlich auch das Technoschrott-Imperium vom Defna. Cinko Solar übrigens, meine drittgrößte Position. Da gibt es auch Neuigkeiten. Die wollen nämlich ihre operative Tochter Jiangxi Cinko in Shanghai an die Börse bringen. Und zwar für 5 Renn-Mimi pro Stück und 10 Milliarden Aktien. Das heißt dann, dann kommt dieses Unternehmen auf 7,9 Milliarden Dollar umgerechnet. Und Cinko Solar hat davon 58,6 Prozent. Also Gegenwert 4,6 Milliarden Dollar. Aktueller Börsenwert von Cinko Solar aber nur 2,3 Milliarden Dollar. Also diese Beteiligung wäre dann schon quasi doppelt so viel wert wie Cinko Solar heute. Das heißt, da müsste es eigentlich dann auch Aufwärtspotenzial für die Cinko Solar-Aktie geben. Aber der Markt will halt das gerade nicht sehen. Er will es ja auch nicht bei Nordex sehen. Da gab es ja Rekordauftragseingänge für 2021 und die Aktie fällt heute. Wobei bei Nordex weiß man nie, ist es ein profitabler Aufträger, die sie haben. Oder ist es wieder irgendein Mist, wo ein Windrad abstürzt und schon ist der ganze Laden wieder im Defizit. Das weiß man nicht bei Nordex nicht. Da muss man sagen, SMA Solar habe ich ja hier auch schon mal mit einem Bullen gewürdigt. Die haben ja echt eine krasse Gewinnwarnung neulich gebracht. Weil angeblich dann wie ein Wartungsauftrag für eine Solarfarm da geplatzt ist, haben sie dann wirklich die operative Gewinne für das letzte Jahr im zweistelligen Millionenbereich zusammengekürzt. Ich habe jetzt die Zahl nicht rausgesucht. Aber wirklich dramatisch. Also da fragt man sich wirklich, wie kann das sein, dass ein Solarpark, ich habe daraufhin meine SMA-Aktie, nee ich hatte sie gar nicht mehr, nee ich habe sie nicht verkauft. Ich hatte sie ja gar nicht mehr. Ich hatte mal kurz gezuckt, ob ich sie mir jetzt kaufe, aber habe dann davon abgesehen. Ich bin ja schon gerne Schnäppchenjäger, aber das ist irgendwie dann doch ein bisschen komisch, ein bisschen eigenartig. Also was man halt sieht, wird glaubt, nur weil wir eine Energiewende haben und da der grüne Deal jetzt Milliarden in diese Unternehmen bringt, muss die Branche nicht zwingend laufen. Auch da hat man das Problem mit den Zinsen, dass dann eine Neubewertung stattfindet. Und wenn man dann auch noch solche komischen Gewinnwarnungen sieht, das ist schon strange. Ja, ich habe noch ein paar Rückmeldungen bekommen zu meiner Geschichte mit dem Veggie-Burger bei McDonalds. Da schrieben ganz viele, hey komm doch nach Österreich. Da gibt es nämlich bei McDonalds als vegetarischen Burger den von Beyond Meat. Wow. Ja, da wird das angeblich getestet. Hat sich bei der Beyond Meat Aktie noch nicht rumgesprochen. Und wenn ich demnächst ins Hochrisikogebiet zum Skifahren fahre, dann werde ich mal gucken, ob ich da mal einen Abstecher bei McDonalds mache. Wobei in Seefeld, wo wir absteigen wollen, gibt es jetzt keinen McDonalds. Wenn du da in vielen G's hast, hast du ja kein Problem mehr heutzutage. Stimmt, in Österreich, das ist ja das Faszinierende. In Österreich galt ja schon länger, wer mit Johnson & Johnson geimpft ist, galt nicht mehr als geimpft. Das ist in Deutschland ja auch so. Also ich muss ehrlich sagen, was hier an Kommunikation gemacht wird. Man blickt wirklich nicht mehr durch. Das ist so, oder da habe ich auch geguckt, wie ist das, wenn ich aus dem Hochrisikogebiet dann wieder zurückkomme. Was muss ich dann machen? Da kann man sich eine Seite durchlesen und das ist so verschwurbelt geschrieben und ich verstehe es einfach nicht. Und da habe ich gesagt, ja Leute, wenn ich es nicht verstehe, dann fahre ich einfach wieder zurück und teste mich und fertig. Das ist wirklich mittlerweile ein Schwachsinn. Also das ist wirklich, das kapiert kein einziger Mensch mehr. Ich glaube noch nicht mal in den Gesundheitszentrum. Genau, hast du Johnson & Johnson und die zweite Impfung, dann gehst du geboostert in Nordrhein-Westfalen, aber leider nur ohne Booster in Bayern. Ich meine, ehrlich, und dann ist auch ein Unterschied, ob du erst genesen und dann geboostert oder geboostert und genesen, gibt es auch Unterschiede in der Einzelmonate. Die Genesungszeit ist auch wieder verkürzt worden. Drei Monate. Drei Monate? Wer das kapiert. Ab wann gilt die eigentlich? Ab wann gilt die Genesung? Ehrlich, ich hoffe drauf, dass die Pandemie vorbei ist, dass wir irgendwann hier durch diesen ganzen Mist durch sind. Da können wir gleich mal zehn Prozent der Abbeamten entlassen, die diese ganzen Dinger immer aufsetzen. Ich frage mich, wenn wir jetzt am Anfang der Pandemie stehen würden und dann würde man so ein Traktat schreiben, ich würde es noch verstehen. Aber nach so langer Zeit schreibt mir jemand, wenn du aus dem Risikogebiet, Hochrisiko, das musst du beachten. Ist es ein Risikovariantengebiet, ist es ein sonstiges Gebiet? Was? Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich will nach Österreich fahren. Und die Berliner Bezirke können mal wieder auch keine Inzidenzmeldungen, nur noch ein paar Fax annehmen, nicht mehr online. Es ist einfach willkommen. Also ich denke ja sowieso, die Pandemie ist vorbei. Es hat ja auch der Guru, der flatten the curve aufgeschrieben hat. Der Guru hat mir heute Morgen der Gersemann noch mitgeteilt. Der hätte jetzt gesagt, die Pandemie wäre bald vorbei. Und dann sage ich dir, kommt der Frühling der Liebe. Dann machen wir unseren Weltwirtschaftsgipfel im März. Dann gibt es den Davoser-Gipfel, der wird ja nachgeholt im Frühsommer. Und dann gibt es hoffentlich auch das OMR-Festival. Und dann wird da getanzt und gesungen und dann machen wir ganz viele lustige Sachen. Holger Chappitz macht ganz viel. Ja, das wird gut. Ich bin mir ganz sicher. Aber im März glaube ich, das ist ein bisschen zu optimistisch. Doch. Der Höchststand ausgerechnet war am 22. Januar und dann kollabiert es. Das war die Berechnung. Hm, da guckst du. Ja, kannst du mal zählen. Die Inzidenz am 22. Januar. Stellt eure Ruhe und guckt hin. Okay, da werden wir nochmal nachgucken, ja? Gut. Das wäre dann nochmal der Wett. So. Hast du sonst noch was? Wir hätten noch ein paar BIP-Zahlen gehabt. Wenn wir das noch besprechen wollen, das war im vergangenen Freitag. Also ein bisschen Wirtschaftspodcast. Da geht es natürlich auch darum, was ist hier mit Deutschland los. Das waren echt, die waren schon nicht so doll, die Zahlen. Ja, im Gesamtjahr 2,7 Prozent. Klingt ja noch ganz gut. Nee, nicht nachdem wir im Vorjahr so gefallen sind. Das ist nämlich der Punkt, natürlich. Das muss man sehen. Und da waren ja ganz andere Erwartungen da. Über 5 Prozent immer die Schätzungen Anfang des Jahres. Die wurden dann immer so nach und nach, wie oft hat das IFO-Institut seine Erwartungen gesenkt, reduziert. Und dann kamen noch 2,7 Prozent raus. Und natürlich krass ist, dass wahrscheinlich das vierte Quartal auf jeden Fall ein negatives Quartal war. Es gibt noch keine genauen Zahlen zwischen 0,5 und minus 0,5 und minus 1 Prozent. Und da ist das BIP eingebrochen. Also wir sind schon im ersten Schritt in einer technischen Rezession, muss man so sagen. Aber was ist gesprudelt? Die Steuereinnahmen. Neuer Rekord bei den Steuereinnahmen. Dann fragt man sich so, irgendwie scheint, Steuerschein immer zu laufen in Deutschland. Also wenn eine Sache läuft, dann ist es das. Und wie schön, dass der Lindner uns für 2023 dann auch eine kleine Senkung in Anspruch. Also ich meine, wenn du so viele Steuern einnimmst, da fragt man sich wirklich, Leute, macht es schneller. Bei diesen Inflationsraten bräuchte man jetzt wirklich dringend einfach eine Anpassung der Progressionsgrenzen. So ist es. Dass die mal mit der Inflation wenigstens mit wachsen und verschoben werden, weil das ist wirklich. Kalte Progression heißt das im Fachdeutsch. Und das heißt, dass wir, ohne dass wir wirklich mehr in der Tasche haben, einen höheren Steuersatz zahlen müssen, weil ja das nominal genommen wird. Aber real haben wir gar nicht so viel raus, weil wir eigentlich die Inflation anziehen müssen. Aber das Beeindruckendste an diesen BIP-Daten fand ich, dass allein Biontech aus Mainz, ein kleines Mainzer Unternehmen, 0,5 Prozent zu diesem Wachstum beigetragen haben. Ja, also von diesen 0,5 Prozentpunkten zu diesem 2,7 Prozent Wachstum kamen. Ohne Biontech wären wir quasi nur um 2,2 Prozent gewachsen. Und das ist unglaublich. Ökonomen sagen, das gab es noch nie, dass ein einzelnes deutsches Unternehmen jemals so stark zum Wachstum beigetragen hat. Der Effekt hat sich auch in höheren Dienstleistungsexporten dann niedergeschlagen. Warum ist das so? Biontech hat im letzten Jahr ungefähr 16 oder bis 17 Milliarden Euro Umsatz allein eben mit dem Corona-Impfstoff gemacht und bezieht auch nur ganz wenige Vorprodukte aus dem Ausland. Das heißt, die komplette Wertschöpfung findet einfach im Inland statt und deswegen dieser ganz große Effekt, den Biontech hier beigetragen hat. Also eine einfach wahnsinnig tolle Geschichte, die da aus Mainz kam in diesem Jahr. Hat sich ja auch im Mainzer Stadtseckel niedergeschlagen. Anja Ettl hat eine wunderbare Geschichte darüber geschrieben, dass Mainz ja vorher mit 1,3 Milliarden Euro verschuldet war. Und jetzt quasi können sie auf einen Schlag die Schulden zurückzahlen. In diesem Jahr haben sie 1,1 Milliarden Euro Überschuss, vor allem eben wegen Biontech und im nächsten Jahr nochmal 500 Millionen, die erwartet werden, vielleicht ja auch noch mehr. Und das ist, da sieht man auch mal, dass... Mainz, du? Aber die werden doch nie wieder diese... Gut, die können natürlich noch exportieren, aber diese Idee, dass wir alle drei Monate zum Boostern gehen, die läuft ja nicht mehr. Dieses Abo ist ja, das ist ja tot, die Geschichte. Nein, aber für dieses Jahr berechnet sie immer noch... Und die Impfpflicht, die kannst du wahrscheinlich auch sparen. Die wahrscheinlich, ja, genau. Aber wie wollen die nochmal das wieder aufholen? Dieses Jahr werden sie auf jeden Fall nochmal, da wird ja noch viel gepostet und ist ja weltweit noch ein Riesenmarkt, der noch nicht an diesen begehrten. Und ich meine, ich glaube, die haben 80 Prozent Marktanteil an den ganzen Impfstoffen mittlerweile. Also das ist ja der begehrteste Impfstoff nach wie vor. Und die rechnen ja dieses Jahr auch wieder mit ähnlichen Umsätzen in dem Bereich 17 Milliarden. Und dann investieren sie ja auch richtig, ich glaube, eine Milliarde allein in Mainz. Und sie wollen natürlich gehen jetzt wirklich investieren, das Geld in die Forschung. Und das finde ich ja diese tolle Geschichte einfach. Und das sei all denjenigen gesagt, die sagen, die ihre Patente enteignen und denen das wegnehmen und das sozialisieren. Nein, das ist genau der richtige Weg, der marktwirtschaftliche Weg, der hier gegangen wird, weil das Ganze fließt zum einen natürlich in die Gesellschaft zurück über Steuereinnahmen. Ja, in dem Fall natürlich vorwiegend an Mainz, weil es ja Gewerbesteuer ist dann. Aber es bleibt ja auch viel dann bei anderen Haushalten hängen des Staates. Und ja, dann fliegt die Forschung und die können jetzt eben neue Krankheiten erforschen. Die wollen ja gegen Gürtelrose, gegen Tollwut, gegen Malaria, glaube ich. Alles mögliche haben sie davor. Und natürlich gegen Krebs vor allem. Und wollen sie mRNA-Impfstoffe entwickeln. Also ich glaube, da ist viel zu erwarten von den Jungs und Mädels natürlich in Mainz. Ja, aber ich glaube, die Aktie, du siehst ja heute auch, 162 Euro nur noch. Ich glaube, jetzt wirst du das mit der Durststrecke durchschreiten müssen, weil so schnell gibt es ja da keine Einnahmen mehr. Die haben jetzt diese Einmaleinnahmen durch das Impfen. Jetzt können sie hoffen, dass sie das noch ein bisschen fortführen können. Aber wenn man der Aktie Glauben schenken darf, ist die Pandemie ja schon fast vorbei. Und dann musst du halt lange warten, bis dann das Krebsding kommt oder andere Fortschritte sich zeigen. Aber ich halte meine Aktien. Ich bin damals eingestiegen zu 70, bin also immer noch, hat es immer noch verdoppelt. Aber ich war auch schon mal verfünffacht. Ja, ich hatte wirklich zwischendrin da, also da bei rund 400 Dollar oder so war, ich habe da mal die Hälfte verkauft. Hast du? Das sind die Hälfte verkaufen. Ich habe sowieso CFDs und die Hälfte habe ich noch. Und das ist immer, wie gesagt, eine gute Idee. Das in dem Fall war es ja auch nach mehr als Verdopplung. Man muss nicht sofort nach 100 Prozent verkaufen, aber nach 100 Prozent finde ich das nach wie vor eine gute Idee. Der Fuchs, der Deffner, sehr schön. Naja, das ist nicht immer so, läuft so gut, aber in dem Fall schon. Und ja, ich habe auch dazu noch einen Bullen der Woche anknüpfend an Mainz. Ich glaube, wir wollten noch zwei Fragen. Genau, die haben wir auch noch. Aber es ist nur noch ein kleiner Teaser. Die haben wir auch noch, genau, ich habe mal wieder ein paar bisschen in die Hörerfragen reingeguckt. Und natürlich auch immer tolles Feedback, immer wieder herzlichen Dank und für alles die Hoodies, die wir noch geschickt kriegen. Die Hoodies, die Hoodies ist super. Das war ja auch mit Tarek Müller, als ich gefragt habe, hey, wie ist denn das? Er sagt, ja, ihr habt das super gemacht, ihr habt einen Bass kreiert und der Shop kann immer noch nicht liefern. Ich gucke mal jetzt, ob es die Hoodies gibt, während du schon mal die Hörerfrage vorlesen kannst. Hörerfrage Nummer eins, die passt nochmal zu unserem Eingangsthema der Anleihen und der Zinsentwicklung. Martin fragt, besteht die Möglichkeit, das Thema Anleihen-ETFs mal aufzugreifen? Und ich höre immer wieder, muss gestehen, dass ich leider nicht durchblicke. Für mich wäre es auch interessant zu wissen, ob diese Anlageform mit Blick auf steigende Zinsen überhaupt sinnvoll ist. Und da haben wir ja schon immer gesagt, dass wir von Anleihen eben nicht so viel halten, weil wir einfach die Risiko- und Chancen-Situation da einfach schlecht bewerten. Weil das Risiko ist ja, dass man in einem Staat dann irgendwie Geld leiht und natürlich da auch ein theoretisches Ausfallrisiko hat. Aber das Problem war ja, dass wir bei gutem eben dann mit einem guten Rating, also wie vor allem der Bundesanleihe, dann negative Zinsen hat. Und das macht dann halt überhaupt keinen Sinn, solchen quasi Strafzinsen zu bezahlen. Und das Risiko bei Anleihen ist halt, wenn der Zins steigt, dann fällt der Kurs der Anleihe. Und das gilt dann eben auch für ETFs. Das heißt, man freut sich dann zwar vielleicht als Anleiheanleger, dass es künftig wieder mehr Zinsen kriegt, aber man hat ja diese Anleihe, die mit einem festen Coupon zum Beispiel, keine Ahnung, von vielleicht im guten Fall 1% für 10-jährige Anleihen ausgestattet ist. Ja, dann steigt aber der Marktzins meinetwegen auf 2% und dann bedeutet es einen deutlichen Kursverlust für die Anleihe. Und deswegen sind hier sehr, sehr große Gefahren, gerade in Zeiten von Inflation und steigenden Zinsen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, als Absicherung gegen eine Deflation oder gegen einen wirklichen massiven Konjunktureinbruch taugen natürlich Anleihe-ETFs und das muss dann letztendlich jeder für sich entscheiden, ob er solch einen Risikopuffer im Depot haben möchte. Wir sagen ja immer dann vielleicht doch lieber das Geld auf dem Tagesgeldkonto packen. Eine Cash-Position, genau. Oder in sehr, sehr solide Value-Aktien stecken mit Dividenden, Renditen und so weiter. Aber die können natürlich auch unter die Räder kommen. Aber das ist so das Grobe. Das wäre so dieser Selbststiftung Warentest, da habe ich mir dieses wunderbare ETF-Buch, dieses Spezial mit 2000 ETFs mal besorgt. Die haben auch davor gewarnt, weil das Problem ist wirklich, das war ja früher immer so die Komponente, die dann an Wert gewonnen hat, wenn deine Aktien verloren haben. Und das ist halt wirklich nur noch im Deflationsfall zu erwarten. Aber im vergangenen Jahr war es erstmals, dass man mit zehnjährigen Bundesanleihen Verluste gemacht hat. Erstmals seit, ich glaube, das ist ewig her. Und das kann halt dieses Jahr auch wieder passieren. Und dieses Jahr ganz besonders, wenn die jetzt wirklich ins Plus drehen, die Rendite. Ich kann ja mal gucken, wie die, es gibt ja den Rex P. Der Rex P ist so ein bisschen das Gegenstück zum DAX. Und da kann man sich angucken, was Anleihen gemacht haben. Ich kann mal sagen, was sie in diesem Jahr gemacht haben. Und so Rex. Ich kann vielleicht schon mal die nächste Frage vorlesen. Die kommt vom Christian, der sagt, ich habe die Weihnachtsferien genutzt und konnte meinen Vater endlich überzeugen, ein Depot zu eröffnen. Er möchte anfangs 100.000 Euro investieren. Und möchte natürlich meinen Rat haben. Und die Frage gibt er jetzt an uns weiter. Ich denke an einen Anlagehorizont von über fünf Jahren. Den sollte man auf jeden Fall haben. Besser länger. Und fragt, ja, auf jeden Fall eher 10 bis 15 Jahre, würde ich sagen. Weil auf fünf Jahre kann man einfach nicht mit Sicherheit sagen, dass man dann, also mit Sicherheit geht sowieso nichts am Aktienmarkt. Aber ab 10, 12 Jahren, 15 Jahren ist es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, kommt man eben mit einem Gewinn in allen Phasen der Märkte raus. So, wäre ein ETF erstmal eine gute Sache? Und kaufe ich lieber komplett oder in einer Art Sparplan ist die Frage, ja? Ich kann schon mal sagen, der Rex P hat in diesem Jahr 1,2 Prozent verloren. Also mit Anleihen hat man dieses Jahr 1,2 Prozent Minusmarkt. Das wollte ich noch kurz sagen. So, jetzt willst du ihm sagen, was er machen soll, oder? Ja, also bei so einer Summe würde ich, also wir haben ja oft gesagt, eigentlich, und das zeigt ja immer die Statistik auch, ist es okay, wann auch immer man investiert, dass man quasi alles auf einen Haufen investiert. Aber so einen großen Batzen ist dann psychologisch schon problematisch, glaube ich, wenn man auf einmal investiert. Und jetzt gerade in diesen sehr volatilen Märkten und dann gucken wir am nächsten Tag hin und es ist schon wieder 2 Prozent gefallen und 2.000 Euro stehen da Minus. Da wird man gleich nervös. Und für einen einsteigenden Aktienmarkt ist das, glaube ich, wirklich nicht ratsam. Ich würde sagen, ich würde diese 100.000 Euro dann in 10 Tranchen aufteilen und quasi einen monatlichen Sparplan mit 10.000 Euro machen. Und das dann eben breit gefächert dann weltweit anlegen. Wir haben ja immer unsere Mischung, das habe ich neulich jetzt auch einem Kollegen empfohlen, dass wir sagen, 60 Prozent in die Industrie starten, zum Beispiel bei MSCI World. 30 Prozent in die Emerging Markets, zum Beispiel MSCI Emerging Markets und 10 Prozent nochmal speziell in Europa, weil Europa in diesen weltweiten Fonds von MSCI und auch von anderen Indexanbietern untergewichtet ist. Da gibt es Alternativen eben auch von Fuzzi. Ich habe ja da meinen lieblings neuen, lieblings weltweit Anliegenden. Lengard, Fuzzi, ESG, All-Cap hieß er. Aber das ist ja eher eine Alternative, wenn man sagt, ich habe jetzt einen Sparplan und habe geringe Summen und kann eigentlich nur einen ETF gesparen. Das ist die Einfondslösung, wäre das. Bei solchen Summen bekam man schon ein bisschen mehr in Fonds. Und dann kann man ja auch noch ein bisschen Spezialitäten mischen und vielleicht noch ein bisschen mehr Value mit reinnehmen. Bei einem Neueinsteiger vielleicht lieber ein bisschen vorsichtiger investieren. Du wirst das in 10 Tranchen machen, aber trotzdem sollte man auch noch andere Anlageklassen dabei haben. Man muss natürlich jetzt wissen, was hat der Vater auch schon Immobilien oder ist er in solchen Anlageklassen. Weil das wäre jetzt die reine Aktienallokation, die wir jetzt hier eben gesagt haben. Vielleicht sollte er auch noch ein bisschen Bargeld halten oder vielleicht ein bisschen Festgeld haben und solche Sachen. Wenn die 100.000 jetzt wirklich dafür da sind, dass er andere Sachen schon hat und die wirklich in Aktien stecken kann, dann sollte man es so machen. Wenn nicht, müsste man vorher noch mal gucken, wie man das vielleicht auch noch mal andere Anlageklassen... Und er sagt ja anfangs 100.000. Das scheint ja noch ein bisschen mehr da zu sein. Das ist jetzt mal so ein kleiner Testballon, so ein bisschen Portokasse. Ja gut, dann kann man das so machen. Und man muss halt wirklich wissen, auch der MSCI-Welt hat schon mal 60 Prozent verloren im Laufe seiner Geschichte. Ich habe ja mal so einen Sinn, wenn man seit 2000 angelegt hat, gab es zwei Einbrüche, die größer als 50 Prozent waren. Nämlich einmal nach der 2000er-Wende und einmal gab es das nochmal in der Finanzkrise. Also das kann auch passieren. Denn selbst dieser Index, man hat das jetzt, wer jetzt erst seit, weiß ich nicht, zehn Jahren dabei ist, der kennt es nicht. Aber das gab es schon. So, das muss man wissen. Und deswegen muss man A, denjenigen, der es dann investiert, auch sagen, das ist ein Risiko. Dass man ihm nicht sagt, es gibt risikolose Gewinne. Das muss man sagen. Und im Zweifelsfall sagen, es geht auch mal runter. Und dann diese psychologische Krücke, dass man halt nicht alles auf einmal reinpackt. Aber ich glaube, in diesem Jahr ist diese Sparplan-Idee ganz besonders gut, weil es doch, wir sehen jetzt, der Anfang des Jahres sagt ja auch viel über ein kommendes Börsenjahr aus. Und weil es doch sehr holprig und eine Achterbahn ist, rauf und runter, wird es vielleicht auch mit diesen ganzen Zinsanhebungen, die kommen, dann so holprig bleiben. Ja, bis zum März wird sicherlich, bis dann endlich mal dieser erste Zinsschritt der Amerikaner kommt und dann merkt man wieder, es tut gar nicht weh und dann kommt vielleicht wieder ein bisschen mehr Vertrauen auf. Aber bis dahin kann es auf jeden Fall sehr volatil bleiben. Vielleicht auch im Rest des Jahres mit jeder weiteren Zinsanhebung, mit jeder weiteren Spekulation, wie viel Zinsanhebung gibt es denn jetzt. Und von daher ist es vielleicht, auf zehn Monate das jetzt aufzuteilen, dann ist man bis Oktober jedes Monat dabei und dann ist man vielleicht komplett investiert, wenn es dann doch zum November, Dezember sind. Und dann wirklich dann auch immer die guten Monate saisonal und dann ist man da voll investiert. Bis dahin, auch mit kleineren Beträgen ist das vielleicht eine Idee, die man so umsetzen könnte. Und kauft einfach mit diesem Cost-Average-Effekt, wenn es runter geht, nochmal günstiger ein. Für den gleichen Betrag kriegt man quasi mehr Anteil, denn das ist ja auch das Schöne. Und dann ist man psychologisch einfach so ein bisschen ruhiger, weil wenn es runter geht, freut man sich, dass man noch ein bisschen billiger nachkaufen kann, ein bisschen Schnäppchen kaufen kann, dass man noch Pulver trocken hat. Und wenn es rauf geht, freut man sich, dass das, was angelegt ist, schon mal sich gut entwickelt. So ist es. Das ist das Psychologische. Eigentlich, wenn man rein rational, wenn man eine Maschine wäre, würde man alles sofort reinhauen, weil ja der Erwartungswert der Börse, weil die Börse ja langfristig steigt, ist ja der tägliche Erwartungswert immer positiv. Also wenn man wartet, verpasst man dieses Positive, aber gerade in solchen Phasen sollte man das nicht machen. Und der MSCI-Welt hat in diesem Jahr schon drei Prozent verloren in Euro gerechnet. Drei Prozent im Minus. Also man sieht, da geht es auch mal runter. Klar, und wenn du dann Hunderttausend da drin gleich hin und geschmissen hast, dann hast du gleich dreitausend weniger. Das ist dann immer so ein schmaler Beigeschmack. Gut. So, aber das haben wir zwei wichtige Q&As hier mal wieder beantwortet. Und apropos, wir beantworten noch viel mehr Fragen in einem exklusiven Kreis von Weltabonnenten. Da geben wir uns auch ab und zu mal die Ehre. Wir sind ja hier und dort gefragte Gäste. Sehr schön. Ach, da kommen ja noch mal los. Nur die Edelfedern hin in dieses Weltgespräch. Nur die großen Autoren. Der Robin Alexander und wie sie alle heißen. Und sind alle da. Neulich war aber auch, wir hatten neulich Fabritius und Daniel Wetzel zur Wärmepumpe. Und das war echt so ein Ding. Da waren lauter so Wärmepumpenfreaks da. Und das muss so ein Weltgespräch gewesen sein. Wahnsinn. Also weil das ist ja eins der Riesenthemen, wenn du irgendwie Immobilien bewirtschaftest und du weißt, in den nächsten Jahren musst du irgendwas Energieeffizientes machen und musst dir im Zweifel eine Wärmepumpe zulegen oder musst dämmen oder musst du irgendwas machen. Und das war eins der Weltgespräche, was wirklich wahnsinnig war. Und jetzt haben wir wieder eins. Und zwar wann? Nächste Woche. Am nächsten Dienstag. Genau. Denn Dienstag ist Definitely Champions Tag. So ist es. Und das soll auch bei den Weltgesprächen so sein. Und quasi parallel dazu, wenn unser neuer Podcast ausgestrahlt wird, ab 18.30 Uhr direkt nach der Börse am Abend, 18.15 Uhr, wer es noch nicht weiß, mal eine kleine Sendung bei Weltfernsehen. Direkt danach komme ich dann runter zum Weltgespräch. Und es können wieder einige exklusive und schnelle vor allem dann teilnehmen. Es geht nur mit einem Weltplus-Abo. Stimmt, das kann man auch probemäßig machen, kann dann wieder kündigen. Einen Monat kriegt man glaube ich umsonst. Da muss man einfach welt.de-duz. Das ist ja, wenn man unseren Podcast sehen will und du es live, ist dann die Anmeldung für dieses wunderbare Weltgespräch. Und wann ist die freigeschaltet, diese Anmeldung? Gibt es da? Jetzt mache ich mal den Schabowski und sage, so weit ich weiß, ab sofort. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach welt.de-Schreibt. Aber ihr kennt das ja alle auch vom Hoodie-Shop. Also es gibt jetzt bis Größe L gibt es alles und XL und XXL gibt es in die Hoodies leider erst wieder in 100 Jahren lieferbar. Aber wer uns gerne mit Weltabonnenten mal, das sind dann auch nicht nur Podcast-Hörer dabei, sondern beim letzten Mal war es wirklich doch hauptsächlich die Weltleser. Und von daher ist es ganz interessant auch, was da querbeet für Fragen kommen, die wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Wir geben hier übrigens keine Anlageberatung, das sei nochmal gesagt, auch wenn wir solche Fragen hier versuchen zu beantworten. Aber jeder investiert hier auf eigenes Risiko und das ist die Freiheit, die zur Verantwortung führt. Aber jetzt war schon irgendwie ein Schnäppchenjäger war unterwegs. Ich habe ja gerade die Eilmelde bekommen. Microsoft kauft Spieleentwickler Activision Blizzard für 69 Milliarden Dollar. Das wäre die Idee von Pip Klöckner, die da aufgeht, weil Microsoft ja schon im Spielebereich drin ist. Das Spiel ist ja einer der Megathemen und da gab es ja jetzt auch viel Gerumpel, weil die alle nicht so doll gelaufen sind. Und deswegen haben sie jetzt günstig zugegriffen. 69 Milliarden Dollar kauft Microsoft Activision. Das ist ein spannendes Thema. Das Metaverse. Genau, ja. Und das Metaverse, wo ist es am Anfang? Natürlich bei den Spielen, weil da die Menschen das schon gewohnt sind. Da wird es auf jeden Fall stattfinden, das ist ja keine Frage. Das bezweifle ich auch gar nicht. Aber ob es eine Davos-Konferenz als Metaverse geben wird, der Reiz liegt dann doch auch immer noch in der persönlichen Begegnung. Das kann man durch keinen Avatar-Wett machen letztendlich. Gut, aber die Metaverse-Wette läuft hier mit dieser Übernahme auf jeden Fall. So. Wird die weiterlaufen. Nach einer knappen Vorrede von knapp 40 Minuten könnten wir in unsere eigentlichen Rubriken einsteigen. Und ich muss ja anfangen, weil ich ja auch das Thema starte, würde ich mit meinem Bären schauen, es geht relativ schnell. Ich habe es ja schon angedeutet, mein Bär der Woche ist kein geringerer als einer der mächtigsten Männer. Weil ich weiß, ist es der mächtigste? Auf jeden Fall ist es sogar der mächtigste derzeit. Mit seiner Machtkonzentration, weil ich meine, der amerikanische Präsident ist zwar die größte Nation, aber seine Macht ist sehr begrenzt. So ist es. Und der hat diesen komischen Kongress. Das kennt ja der Chinesen. Der ist ja eine Lame Duck sogar. Also von Macht ist da nicht viel die Rede. Jetzt halt nicht. Deswegen würde ich sagen, ich vergebe den Bären der Woche den mächtigsten. Den mächtigsten Menschen auf der Welt. Und zwar dem chinesischen Präsidenten. Nach Papst. Das stimmt. Entschuldigung. Also dem mächtigsten nach dem Papst. Und zwar der Chinas Präsident Xi Jinping. Und warum gebe ich ihm das? Naja, wie gesagt, 2017 war er in Davos und da war es ein bisschen der Hoffnungsträger. Da war gerade Trump gewählt worden und da gab es diese Handelsgeschichten schon. Und dann stellte er es ja hin und kam dann nach Davos gefahren und erzählte, ja, wir brauchen Multilateralisten, wir brauchen offene Märkte. Und er gerierte sich so wie der Heilsbringer der freien, offenen Welt. Und alle dachten, Mensch, der Typ. Also wirklich war eine Rede, wo alle Leute aufguckten und sagten so, dass es dann ein Autokrat war. Guckten alle ein bisschen komisch und sagten, ja, aber der Trump auf der anderen Seite ist der schon der. Auf jeden Fall hat er sehr viele Sympathiepunkte damals gesammelt. Und jetzt war er letztes Jahr wieder da, auch bei dem virtuellen Davos der Xi Jinping. Und da wussten alle schon, naja, so mit seiner offenen Welt und mit seinem, er hat immer gesagt, wir müssen die Hand reichen, wir dürfen nicht kriegerisch sein. Und jeder wusste, was er mit Hongkong gemacht hat. Jeder wusste, was da mit Taiwan gerade passiert, die Einschüchterungsversuche und so weiter. Und merkte, da hat er sich schon mächtig entzaubert und hat er letztes Jahr nochmal eine Rede gehalten. Die war schon so, würde ich sagen, eher lau. Und dann hat er dieses Jahr das gleiche Setup. Es war so ein Schreibtisch mit einer Fahne. Die war genauso geknickt. Man sah also vier Sterne von dieser Fahne. Er hat eine ähnliche Krawatte gehabt. Es gab dann gestern so ein Krawatten-Geht. Die Frage war, hat er die gleiche Krawatte angehabt wie im letzten Jahr? Und hat er in unserer Fotoredaktion geguckt. Und dann hat er gesagt, war das Muster ein bisschen anders und die Farbe doch ein Zacken anders. Aber trotzdem, bis auf fast die gleiche Krawatte, der gleiche Typ. Die gleiche, im Hintergrund war so eine Karte mit Bergen drauf. Davor war das Jahr auch eine Karte mit Bergen. Da war noch die chinesische Mauer eingezeichnet. Aber es sah eigentlich alles genauso aus. Und dann habe ich mal die Reden verglichen, wie man so in der Schule Bibelstellen verglich. Und da waren wirklich Versatzstücke wirklich von A nach B geschoben worden. Und man merkte, ach Mann. Und dann brachte er noch eine Sache. Und da muss man wirklich sagen, da hat er sich wirklich völlig unglaubwürdig gemacht. Es ging dann um die Olympischen Winterspiele in Peking. Und jeder weiß ja, die haben es zwar da sehr kalt, aber schneiden tut es da nie im Winter. Und die müssen ja alles mit Kunstschnee dazu pflastern, mit überhaupt, was losgeht da. Und dann sagt er, ja, Davos ist ja bekannt für seine himmlischen Wintersportgebiete. Und wir in Peking, wir wollen das jetzt auch mal vorführen, wie toll unsere Wintersportgebiete. Und jeder dachte so, hä? Und man merkte, wie absurd das war, was er da für ein absurdes Ding machte. Und dann schickt er mir auch abends jemanden per Instagram, der in China gerade ist. Der sagt, oh, ich dachte, ich könnte dabei sein bei den Olympischen Spielen. Nee, da dürfen nur ausgewählte Leute hin. Also da darf noch nicht mal jeder hin. Und das wird dann irgendwie so parteiintern geregelt. Also es muss wohl völlig absurd sein. Und das ganze Gerede von offener Gesellschaft und Handreichen und sonst wie, man merkt halt, das ist halt eine leere Rhetorik meines Erachtens. Und eine Sache vielleicht noch spannend für Investoren, das ging ja darum, dann hat er gesagt, ja, ausländische Investoren sind bei uns sehr beliebt und wir wollen die haben. Aber die müssen nach unserer Feibetanz, nach unseren Gesetzen müssen sie handeln. Also jeder weiß, die Regulierung wird China nicht zurückdrehen, sondern wird sie so machen. Das Ganze wird dann genannt harmonische Gesellschaft oder moderner Sozialismus, wie er das nannte. Ich habe trotzdem meine China-Werte behalten. Aber jeder, der diese Rede gesehen hat, der weiß halt wirklich, der chinesische Präsident ist derjenige, der einfach im Zweifelsfall sagt, ja, wir müssen jetzt wieder was umverteilen. Er sagt auch so, wir mussten erst den Kuchen groß machen. Jetzt muss der Kuchen verteilt werden. Er muss gerecht verteilt werden. Und da weiß man, da könnten auch mehr Regulierung kommen. Man weiß nie, wo es einschlägt. Aber wer sich dieser Risiken bewusst ist, der kann natürlich da seine Aktien behalten. Nur muss er halt wissen, das ist halt kein Regime, was wirklich Offenheit mag. Und wir haben Freunde beispielsweise, die jetzt in China arbeiten wollen. Und da muss man aufs Visum zehn Monate warten. Und wenn man wirklich denkt, es wäre ein offenes Land, was die Hand reicht, dann ist zehn Monate warten wirklich völlig absurd. Und deswegen ist, da sieht man, wie auch die Differenz zwischen den Worten, die er da gebracht hat und dem wirklichen Tun so groß ist. Und deswegen ist das mein Bär der Woche, Xi Jinping. Sehr schön erzählt. Ja, ich würde dann gleich anknüpfen mit meinem Bär der Woche und bei politischen Risiken bleiben. Die gibt es nämlich nicht nur in einer quasi sozialistischen Diktatur, die gibt es auch in einer europäischen Demokratie. Man mag es kaum glauben. Und Emmanuel Macron ist von mir ja hoch geschätzt für vieles. Aber in dem Punkt kriegt er einfach einen Bären verpasst. Denn seine Regierung hat massiv in den Markt eingegriffen. Wunder, Wunder. Mit schon fast sozialistischer Attitüde, würde ich mal sagen. Und dafür gesorgt, dass es, und es war eben kein reines Staatsunternehmen, die Rede ist von Electricité de France. Da hat sich doch der französische, ja, lange französische Unterricht gelohnt. Im folgenden kurz EDF genannt, ja, nicht ETF, auch nicht fränkisch. Der Frangio würde ja zum ETF EDF sagen. Nein, Electricité de France ist EDF. So, und da gab es einen massiven Eingriff. Die französische Regierung, die ist momentan besonders nervös, weil sie ja in diesem Jahr um Macron und seine Regierung, um die Wiederwahl kämpfen müssen. Und es gibt ja einen großen Ärger jetzt über natürlich die steigenden Energiepreise überall, vor allem auch über die stark steigenden Stromrechnungen. Und dann hat sich Macron gedacht, da müssen wir halt mal ein bisschen regulieren, ja. Und sie haben also, die französische Regierung hat EDF vergangene Woche angewiesen, 20 Prozent mehr Atomstrom zu produzieren. Zum einen, diese soll EDF dann für maximal 46,20 Euro Megawattstunde an die Konkurrenz abgeben. 46, der Marktpreis ist 200. Genau, das ist, ja, oder fast das Dreifache ist der Marktpreis, ja, je nachdem. Also das ist auf jeden Fall ein Drittel des Marktpreises oder noch weniger, ja, je nach Marktpreis. Aber letztes Mal war es dann das Dreifache, ja. Ja, so, also Wahnsinn. Und dann sollen sie 2022 die Strompreise nur noch maximal um 4 Prozent erhöhen dürfen. Und Experten hatten eigentlich einen Anstieg von 20 Prozent erwartet. So, und das hat natürlich, das hat, ein Stromdeckel. Und bei Deckeln, bei Deckeln werde ich wirklich wütend, ja. Stromdeckel, Mietendeckel, das bringt alles nichts. Sozialismus. Der einzige Deckel, den ich mag, ist der Bierdeckel, ja. Aber der ist ja auch drunter, ja. Nicht drüber, ja. So, nein, also Deckelei ist einfach Sozialismus. Es ist ein wahnsinniger Eingriff in den Markt und das nutzt niemanden, auch nicht dem Kunden, auch wenn es vermeintlich erstmal so scheint. In dem Fall ist es halt ein wahnsinniger Eingriff und eine Teilenteignung von Aktionären. Denn EDF ist zwar zu 84 Prozent in den Händen des französischen Staates, aber eben nur zu 84 Prozent. Dann gibt es eben noch 16 Prozent freie Aktionäre. Und diese Aktionäre, die werden doch gewaltig enteignet. Denn die EDF-Aktie hat daraufhin am Freitag einen massiven Kursverlust, den größten Kursverlust ihrer Geschichte hingelegt. Zeitweise ging es um 25 Prozent nach unten auf einen eineinhalbjahrestief von 7,76 Euro. Und auch gestern am Montag hat sie auch nochmal nachgegeben. Und die Analysten haben reihenweise ihre Gewinnschätzungen und die Ratingagenturen sogar ihre Ratings gesenkt. Und JP Morgan zum Beispiel nimmt an, dass es jetzt auch noch möglicherweise eine Kapitalerhöhung geben müsste für EDF. Und das ist so ein massiver Eingriff in den Markt. Sogar der EDF-Chef hat quasi gewettert gegen diese Pläne der Regierung öffentlich, was überhaupt nicht konform ist beim Staatsunternehmen. Also gibt es einen riesen Aufschrei, weil das eben so ein wahnsinniger Eingriff ist. Und EDF, hast du die nicht sogar auch bei den Ideen für 2020? 2020 hattest du nicht dabei, okay. Aber der Kollege Röhl hat sie ja auch gerne bei Alles auf Aktien. Ebert Rohl hat das auch schon in Spanien mitgemacht. Genau. Und da ist es einfach, die Lehre ist, man muss, wenn man in Staatsunternehmen als freier Aktionär investiert, sehr, sehr vorsichtig sein. Es gibt einfach politische Risiken, weil im Zweifel dann eben der Staat da doch lieber Wählerinteressen befriedigt als die Interessen seiner Aktionäre. Aber meiner Meinung nach würde ich als Aktionär die verklagen, weil das ist wirklich ein dreister Eingriff und das kann man sich einfach nicht bieten lassen. Also dafür mein Bär der Woche für Herrn Macron und diesen Rekordkurssturz. Das ist ja nicht mehr der Held jetzt bei dir. Ich meine, der war doch schon immer so, wenn es um Wiederwahl und um seine Interessen geht, das ist jetzt nichts anderes. Es geht jetzt um diesen Punkt. Ja, aber es gibt ja auch noch andere Punkte. Ja, gut, du können wir jetzt nicht alle ausdebattieren. Ja, ich meine, hier war ja immer schon meine Rede. Ja, du hast das ja schon immer gesagt. Nein, der Typ ist halt ein Protektionist, ist halt jemand, der sein eigenes Land immer vor die Interessen aller anderen und seine eigenen Interessen, ja. Aber er hat schon auch viel für Europa, aber das diskutieren wir einfach ein anderes Mal. Das ist jetzt, dem Punkt geht es genau um diesen Eingriff und das ist, solche Eingriffe in die Märkte sind einfach, wenn das jetzt ein Staatsunternehmen ist wie die Deutsche Bahn, die 100% oder was auch immer, ein 100%iges Staatsunternehmen, da kann man die Steuerzahler zahlen. Aber nicht in dem Fall, wo andere Interessen dann eben mit beteiligen. Da muss er eben sagen, okay, dann kaufe ich EDF den Strom ab zum Marktpreis und gebe ihn zum Drittel des Preises an den anderen weiter und das zahle ich dann mit Steuern. Das wäre ein fairer Weg, aber nicht einfach sagen, ich diktiere hier jetzt einen Preis, ja. Weil sonst, dann gibt es einfach auch bald keine Investitionen mehr dieses Unternehmens, ja. Warum sollen die dann noch neue Atomkraftwerke bauen, wenn sie quasi enteignet werden? Genau. So, dann komme ich zu meinem Bullen der Woche. Das ist ein Rohstoff, der war letztes Jahr der erfolgreichste Rohstoff überhaupt. Der hat sich nämlich fast verdreifacht. Es geht um CO2-Verschmutzungszertifikat, also diese Emissionsrechte, die in Europa ja gehandelt werden. Die sind jetzt ungefähr bei 80 Euro pro Tonne. Und meines Erachtens, obwohl die sich schon so gut entwickelt haben, müsste das eigentlich noch weitergehen, weil nämlich diese Verschmutzungszertifikate, das funktioniert mit so einem, ich würde sagen, das ist ein strukturelles Defizit, in dem die sich befinden. Und ich erkläre vielleicht kurz, warum. Das Angebot, das schrumpft ja langsam. Da geht es ja darum, dass wir das Klimaziel 2030 erreichen wollen, also die Emissionen gegenüber dem Stand von 1990 um 55 Prozent zu reduzieren. Und dafür müssen natürlich die Unternehmen immer weniger CO2 emittieren. Und deswegen werden diese CO2-Zertifikate auch strukturell über das Angebot immer niedriger. Und gleichzeitig geht aber die Nachfrage hoch. Das eine ist ja, dass derzeit haben wir Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Wir haben weniger Wind gehabt. Und deswegen gehen ja relativ viele Gaskraftwerke gerade ran oder viele Kohlekraftwerke, die jetzt gerade noch sind. Da werden also noch mehr CO2-Zertifikate gebraucht. Und was auch noch dazu kommt, es werden neue Gruppen in dieses Emissionsschema-Ding mit reinbezogen. Also da geht die Nachfrage hoch. Also irgendwann müsste auch BASF ein Teil seiner CO2-Ausstoßes dann da mit abdecken und so weiter. Und der große Groundhog Day, also der Tag, an dem abgerechnet wird, ist erstmal der 30. April. Da müssen dann die Unternehmen einmal im Jahr hingehen zur Behörde und müssen zeigen, A, wir haben so und so viel CO2 emittiert und so und so viele Zertifikate haben wir. Und wenn sie 10 Millionen Zertifikate haben und 10 Millionen Tonnen emittiert haben, alles fein. Hast du aber 10 Millionen emittiert, aber nur für 6 Millionen Zertifikate, dann hast du halt so ein Defizit von 4. Und da musst du eine Strafe von 111 Euro pro Tonne zahlen. Also 111 Euro und das ist sogar noch über dem aktuellen Preis. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, weil diese Strafe so hoch ist, dass da es sein kann, dass dieser Preis sich langsam dieser Strafe annähern wird. Und deswegen würde ich sagen, kurzfristig oder mittelfristig glaube ich, dass dieser Preis, der heute bei 80 Euro noch notiert, ungefähr auf 110 oder 111 nach oben geht. Wie gesagt, aus dieser ganzen Marktthematik, die ich ja gerade geschildert habe, das sind mehr Nachfrage und weniger Angebote und dann hat man halt so eine wirklich ganz unangenehme Sache für die Nachfrage. Und man kann das als Anleger auch mitmachen. Es gibt Anlagezertifikate drauf. Also was man immer sagen muss, es gibt nicht das, wo man eins zu eins mitmacht. Das ist immer so ein bisschen, man weiß nicht so richtig, wie die Preisdynamik ist. Es gibt eins von Morgan Stanley beispielsweise mit Faktor 5. Das schwankt natürlich sehr stark, je nachdem, was die CO2-Preise machen. Also wer risikofreudig ist und einfach sagt, das ist auch wirklich nur was für Zocker, die auch im Zweifelsfalle einen Totalverlust vielleicht nicht, aber die schon einen herben Verlust noch hinnehmen können. Die können das sich mal angucken. Da ist das, ich sage jetzt nicht die WKN, sonst machen das vielleicht doch. Aber man kann sich es mal angucken. Und dann gibt es von Société Générale noch zwei Zertifikat 1 mit Faktor 2, 1 mit Faktor 1. Und da kann man ungefähr an diesem Emissionspreis partizipieren. Aber ich finde insgesamt, warum ich dem auch meinen Bullen gebe, ist nicht nur, weil man da Geld mitmachen kann als Privatmensch, sondern weil es einfach wirklich ein Mechanismus ist, wo man den CO2-Ausstoß wirklich hart regulieren kann. Man kann einfach sagen, okay, du musst für jede Tonne so ein Zertifikat haben und ich kann über die Zertifikatemenge, beziehungsweise über Strafen für Nicht-Zertifikate, die man hat, kann ich wirklich steuern, diesen Ausstoß. Und das ist wirklich ein marktwirtschaftliches Instrument. Und die Unternehmen müssen dann genau gucken, ab welchem Preis lohnt es sich für mich, wirklich emissionsärmer zu produzieren. Bei BHSF beispielsweise, die haben gesagt 140 erst, also man sieht, diese 80 ist auf jeden Fall viel zu billig. Bei anderen Unternehmen wie Heilberg Zement ist 120, haben die mal gesagt, dass sie da vorsichtig werden würden. Also man sieht, da ist noch Musik drin. Risiko ist natürlich, das ist natürlich ein politisches Ding wieder. Und wenn irgendwann sich dann Unternehmen aufregen, dass es zu teuer wird, weil sie diese CO2-Zertifikate aufhören, kann es natürlich passieren, dass Staaten dann irgendwie hingehen und dann doch wieder dieses System, vielleicht doch wieder kostenlose Zertifikate ausgehen, wie es früher war. Da ist ja der Preis mal richtig implodiert, dann war irgendwann das CO2-Zertifikat nichts mehr wert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es passiert, weil nämlich auch viele Hedgefonds da dabei sind und die würden dann auch Staaten verklagen. Und insbesondere die Staaten, die jetzt am lautesten schreien, das ist Tschechien und das ist Polen, die nehmen nämlich richtig viel Geld aus diesen Dingern ein. Und ich glaube, acht Milliarden im Jahr nehmen die allein aus diesen Zertifikaten. Also für die ist es sogar noch lukrativ, dass sie die ausgeben. Insofern glaube ich nicht, dass es da einen politischen Eingriff geben wird. Und für dieses marktwirtschaftliche Instrument, auf das man auch mitwetten kann, sehr risikoreich, wie gesagt, nur für Geld, was man wirklich, also wirklich für Spielgeld, ist mein Bulle der Woche. Aber man kann sich ja damit quasi auch hedgen, absichern gegen mögliche Belastungen in anderen Bereichen. Wenn man eben, ja. Und man kann sagen, das ist mein Umweltbeitrag. Ich habe das CO2 teurer gemacht und wenn es teurer wird, wird weniger emittiert. Das siehst du? Das ist auch, ja. Ein marktwirtschaftlicher in der Tat. Wobei, ja. Nicht? Ja. Ja. Kommen wir zu meinem Bullen der Woche. Ich habe ja schon geteased, Mainzer Bio, Mainzelmännchen, ja. Biotechnologische Mainzelmännchen. Es gibt nämlich mehr als nur Biontech in Mainz. Da gibt es einen neuen Shootings, da muss man ihn schon fast nennen. Also zumindest, wenn man sich die Börsenentwicklung jetzt anguckt. Mainz Biotech. Also die haben das Mainz sogar im Namen. Seit Biontech ist ja Mainz dann auch ein Qualitätsbegriff für Biotechnologie. Sie sind ein Krebsfrüherkennungsspezialist. Sie sind seit November an der Nasdaq gelistet und machen jetzt wirklich große Vorsprungen. Heißt die nicht Mainz Biomed, nicht Biotech? Habe ich Biotech gesagt? Du hast Biotech gesagt. Nein, nein, nein. Mainz Biomed. Jetzt kommen die Leute auch. Gucken wir irgendwas. Um Gottes Willen. Biotech ist nur das Feld. Nein, nein, nein. Wollen wir nichts verwechseln. Mainz Biomed. Ja, sei es nochmal ganz klar gesagt. So, und die sind jetzt in den letzten Tagen sehr, sehr nach oben geschossen. Um über 100 Prozent schon seit Jahresbeginn. Im deutschen Handeln werden die auch gehandelt. Gestern war ja an diesem Montag Feiertag in den USA. Da wurden sie also vor Ort nicht gehandelt. Und sind in Deutschland da nochmal um über 25 Prozent hochgeschossen. Weil es ein paar gute Nachrichten gab zuletzt. Also wie gesagt, sie sind Krebsfrüherkennungsspezialist. Und sie haben sich jetzt den Zugriff auf neuartige mRNA. Zauberwort. Neben Mainz auch noch mRNA. Und dann werden Anlegerfantasien geschürt. Biomarker gesichert, die künftig möglicherweise den Darmkrebstest, den sie schon haben, Coloart ergänzen könnten. Und wesentlich besser machen könnten. Denn dann könnte es so sein, sagt das Unternehmen, dass sie den solidesten und genauesten diagnostischen Screening-Test für zu Hause haben, für Darmkrebs. Und so wollen sie sich da positionieren. Und der kann möglicherweise nicht nur kanzeröse Polypen erkennen, sondern durch die Früherkennung präkanzeröse Adenome den Krebs dann verhindern möglicherweise. Also sprich, es wäre der einzige Test auf dem Markt, der eben vor Krebszellen schon identifizieren kann und damit quasi dem Krebs vorbeugen könnte. Und ich glaube, dass einfach solche Früherkennungstests sehr, sehr großer Markt sind. Jeder, der es schon mal gemacht hat, so eine Darmkrebsvorsorgeuntersuchung, das ist wirklich sehr, sehr unangenehm, wenn einem da im Darm rumgefuddelt wird und man vorher diesen Darm entleeren muss. Hast du das schon mal gemacht? Peinlich gibt es nicht hier. Ich war auch noch nie beim Urologen. Ich habe das immer noch nicht wahrgemacht. Ich weiß, ich muss das unbedingt tun. Sollte man wirklich alles machen. So ab 40 sollte man eigentlich damit anfangen. Und ja, genau, Prostata und Darmkrebsvorsorge ist für Männer ganz, ganz wichtig. Das ist nebenbei immer eingestreut. Aber es ist nicht angenehm. Und deswegen solch ein Test, glaube ich, das wäre ein Riesenmarkt, weil man das dann eben damit umgehen könnte. Und es gibt auf dem Markt schon den US-Konkurrenten Exact Sciences, der schon einen Darmkrebstest am Markt hat. Dieser wird mit 13 Milliarden US-Dollar erhöht bewertet. Und Mainz Biomed, gerade jetzt nach den 250 Millionen, nach der US-Bewertung vom Handelsschluss Freitag, 250 Millionen Dollar Marktkapitalisierung. Also nur 26 Mal höher wird der US-Konkurrent bewertet, beziehungsweise Mainz Biomed, ein Sechundzwanzigstel dessen. Das zeigt also, wo auch Perspektiven liegen, wenn man solch einen Darmkrebs marktreif kriegt, der dann möglicherweise noch besser ist als das existierende Produkt. Und ja, die Fantasie wird jetzt gesehen, zumal es gab auch noch dann ein Management zu Strom, beziehungsweise man hat sein strategisches Beratergremium mit einem erfahrenen Branchenkenner ergänzen können, dem früheren Leiter der Geschäftsentwicklung bei Roche Diagnostics. Und das hat dann auch nochmal die Fantasie ein bisschen erhöht. Im deutschen Handel kommt die Aktie jetzt heute wieder unter Druck. Und das ist auch gut so. Ich würde jetzt wirklich an dieser Stelle, kommt eine ganz klare FOMO-Warnung, kein Fear of Missing Out. Diese Aktie wird jetzt halt aktuell so ein bisschen hochgechasst. Ich persönlich lege mir die auf die Watchlist, aber ich würde auf keinen Fall jetzt zu den jetzigen Kursen da einsteigen. Und aktuell im deutschen Handel sind jetzt gerade zum Beispiel bei 21,40 Euro, war auch schon bei 25 Euro. Da muss man einfach jetzt wieder ein bisschen Abkühlung. Limit setzen? Würdest du das machen oder guckst du nur? Ja, ich gucke immer. Ich gucke immer, weil ich dann auch ja wieder erstmal Geld beschaffen muss. Die haben ja nicht so die Täter rumliegen. Die Täter ist immer 150 Prozent investiert auf den Vergas. Ja, da muss ich ja im Zweifelsfall etwas anderes verkaufen. Und dann gucke ich halt einmal, beobachte ich das. Das kann man aber auch mit Limits, mit Staffellimits kann man es auch machen, dass man sagt, okay, wo kann man da einsteigen? Also mehr als 20 Euro, finde ich, sollte man da auf keinen Fall bezahlen. Eher so in dem Bereich 15 Euro vielleicht. Oder wann hat es ja den Sprung angefangen hier wieder? Ja, das Anfang ging es schon. Ja, den großen Schub gab es dann so bei 16, 17 Euro. Also in diesem Bereich vielleicht, da wird es ja schon bestimmt wieder mal zurückkommen, wenn man ein bisschen Geduld hat und der erste Hype da wieder verblasst ist. Und wer unbedingt immer dabei sein will und eben dieses FOMO-Gefühl hat, der sollte halt dann höchstens mit einem Drittel des Geldes, das er in diese Aktie investieren will, dann vielleicht reingehen. Dann ist das wieder auch wieder so eine Art Sparplan, da ist man schon mal psychologisch beruhigt und dass man dabei ist. Aber wie gesagt, auch diese Aktie wird wieder fallen wie viele andere. Aber es ist einfach wieder eine neue spannende Geschichte aus Deutschland, aus Mainz. Und auch in diesen Zeiten, wo Technologieaktien unter Druck sind, zeigt es eben auch, dass es eben auch steigende Werte gibt. Gibt es, das stimmt. Und das hat vor allem nichts mit Impfen zu tun. Insofern, weil Impfen ja gerade nicht so angesagt ist. Sieht auch, weil Neva habe ich mir gerade aufgerufen. Läuft auch gar nicht so gut, weil einfach Impfstoff nicht mehr, also sind alle Aktien unter Druck. Das war ja auch mal eine Idee von mir und die sind natürlich genau unter Druck, weil die Frage ist halt, wann kommen die dann im ersten Quartal? Es wäre sicherlich noch ein Markt da bei vielen Impfskeptikern für so einen Totimpfstoff. Aber die Frage ist halt, kommen sie nicht viel zu spät dann? Ist die Pandemie dann vorbei? Ist es dann eine Endemie? Oder nicht? Wir werden es sehen. Aber auf jeden Fall, die Aktie hat das Problem nicht. Das ist so. Ich finde immer diese Tests, wo jemand, es gab immer Theranos, war ja auch diese Elisabeth Holmes, die jetzt ja auch verknackt worden ist. Die hat ja auch so eine Idee, du hast irgendwie so einen Bluttest gekauft, und dann kannst du ein bisschen so einen kleinen Piekser machen und dann kann man alles daran feststellen. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch bei solchen Sachen, dass man so einfach, wo man bisher immer einen riesigen Screen braucht und irgendwelche unangenehmen Sachen, wie du gerade erzählt hast, wenn das dann so einfach geht. Da bin ich immer als Anleger skeptisch, dass es funktioniert. Naja, aber dass das Blut viele Informationen hat. Glaube ich sofort. Ich meine, in einem anderen Bereich haben wir auch gesehen, wie Tests funktionieren, PCR-Tests, die ohne Blut funktionieren. Also ich meine, man kann schon viel testen, denke ich mal, aber es ist bloß, das war halt ein Betrug damals. Das war ein Betrug, da hat sie erzählt, das ging ja, und dann gab es das sogar in Drogerien zu kaufen, und das funktioniert ja noch nicht. Wenn es dann zu einfach wird, dann ist es... Ja, genau. Aber das heißt, Betrüger gibt es überall, deswegen ist nicht alles betrug. Nein, ich bin ja immer bei solchen Sachen, wenn jemand mir sagt, hey, das geht ganz einfach zu testen, gucke ich immer mal genau hin. Aber vielleicht ist es doch was ganz Tolles. Ich bin auch kein Mediziner, der es irgendwie beurteilen kann, aber... Das ist immer das Problem bei Biotech, dass man es nie beurteilen kann. Also das Problem Biotech ist wirklich, du kannst es nicht beurteilen, du hast nicht die Expertise als Laie und kannst dir nur so ein bisschen was anlesen, was andere dir übersetzen schon mal und kannst die Idee vielleicht ein bisschen grob einschätzen, aber kannst du natürlich nicht da in die Tiefe eindringen. Und dann hast du immer das Risiko, dass das Medikament oder der Impfstoff, was auch immer, auch floppen kann, wenn es noch so aussichtsreich ist. Das ist ja jetzt auch noch nicht zugelassen, dieser Test. Das kann natürlich auf dem Weg dorthin komplett auch floppen. Also das sind diese Risiken, die es bei Biotech gibt und dann haben die eben nicht viele Produkte wahrscheinlich. Dann hängt dieser ganze Unternehmenserfolg dann möglicherweise an dieser Geschichte dran. Haben wir ja auch schon bei Aussicht, bei CureVac und so weiter gesehen, wie das ist, wenn es dann eben doch nicht so funktioniert, wie man das mal dachte. Die habe ich ja verkauft zwischen den Jahren als Steuermaßnahme. Ja, kann man auch mal Verluste realisieren. Ja, das ist super. Da habe ich ja gleich sofort eine Überweisung zurück vom Staat bekommen. Das finde ich super, wenn mir jemand dann, ich verkaufe was mit Verlust und dann geht es so ziemlich gelinkt. Das macht den Verlust doch erträglicher. Genau, der Verlust von der Italiener. Man musste natürlich vorher Gewinne realisieren. Ich musste vorher natürlich Gewinne realisieren, aber das hatte ich und dann war das mit CureVac auch okay und deswegen leide ich nicht mehr ganz so. Die ist ja mittlerweile bei 21. Oh Gott, das wäre... Mittlerweile, irgendwann wird es so weit fallen, dass selbst der deutsche Staat kein gutes Geschäft mehr gemacht hat. Also wenn das dann erreicht ist, dann kommen wir zum Thema. Das haben wir eigentlich schon zweimal diskutiert, das Thema. Und jetzt können wir sagen, ja, täglich grüßt das Murmeltier oder jährlich grüßt das Murmeltier. Aber jetzt, warum wir es jetzt schon diskutieren, es geht um den Immobilienmarkt und den heiß gelaufenen Immobilienmarkt und den Immobilienboom, der möglicherweise mal eine gewisse Abkühlung braucht und warum wir das jetzt auch diskutieren, hängt auch damit zusammen, dass nicht nur den Bernd Schäpitz aufgeschreckt hat, sondern auch Deutschland... Der Bundesbank? Genau. Nein, die warnt ja auch schon seit Jahren. Die Bundesbank warnt schon seit Jahren. Da ist wirklich täglich grüßt das Murmeltier und täglich grüßt die Bundesbank. Genau, 20 bis 25 Prozent hat sie erst gewarnt, jetzt ist sie bei 20 bis 30. Und in der Pressekonferenz, von der ich gleich erzählen werde, war dann von 37 Prozent Überwertung die Rede. Es geht darum, dass Deutschlands oberste Finanzwächter aufgeschreckt worden sind. Das ist die Bundesbank und es ist die BaFin, also die Finanzdienstleistungsaufsicht. Und die haben jetzt, es gibt so einen Risikopuffer, können sie verhängen. Und dann muss jeder, der in diesem Gebiet tätig ist als Bank und einen Kredit ausgibt im Immobilienbereich, muss dann halt einen höheren Risikopuffer, also eine Rückstellung bilden. Und was heißt das, wenn ich eine Rückstellung bilde, oder so meine Bilanz vorhalten muss, dann ist das kein Kapital, mit dem ich Gewinn machen kann. Und dann wird natürlich der Risiko, dann wird der Kredit teurer und dann wird auch das nicht mehr so attraktiv. Das ist das Szenario, ab nächsten Februar müssen dann die Banken diesen Risikopuffer von 0,75 Prozent vorhalten, den zusätzlichen über das jetzige Niveau. Und das war halt schon mal so eine Ansage, dass da wirklich Risiken sind, die die Leute aufschrecken. Und naja, für Banken hatte ich schon gesagt, wenn jetzt die Baufie, wie es im Fachdeutsch so schön heißt, Baufinanzierung, halt einfach teurer und weniger lukrativ. Und wenn jetzt ein Käufer kommt, dann wird er das spüren, weil A, die Bank ist nicht mehr so bereit, so geil einfach jedem was zu geben, der wird sich genau die Risiken angucken. Und was vor allen Dingen den Regulierer aufgeregt hat, ist, dass jetzt jeder zehnte Kredit wird mit über 100 Prozent vergeben. Also eine über 100 Prozent Finanzierung. Das Defner-Modell. Das Defner-Modell, genau. Und dann haben sie gesagt, ey, liebe Kreditinstitute, guckt euch bitte an, was ihr da macht. Und wenn ihr einen Kredit, der mit über 100 Prozent die Hütte beleihen ist, vergibt, dann müsst ihr davon ausgehen, dass der Immobilienpreis weiter steigt. Und das ist natürlich eine Annahme. Und das war ja eine der fatalen Annahmen, die in Amerika damals war. Da hieß es ja auch, also 2005, 2006, 2007 hieß es immer, der Immobilienmarkt kann nur steigen, kann nur steigen, kann nur steigen. Und daraufhin haben auch die Banken jedem einen Kredit gegeben. Und da sagt jetzt die Bundesbank bzw. die BaFin, passt auf, liebe Banken, da müsst ihr aufpassen. Und ein paar Zahlen, die mich da jetzt auch aufgeschreckt haben, wo ich sage, oh, jetzt ist aber wirklich mal ein Risiko da. Der durchschnittliche Wohnungskäufer musste zuletzt einen Kredit aufnehmen von 319.000 Euro. 319.000 Euro ist der durchschnittliche Kredit des Wohnungskäufers in Deutschland. Und zwar bei Interhüp, oder Dr. Klein, das ist so ein Finanzvermittler, der wirklich ganz viele Kredite ausgibt. Das ist so ein guter Durchschnitt. Und wenn man überlegt, vor einem Jahr lag die durchschnittliche Darlehenssumme noch rund bei 300.000 und vor fünf Jahren noch unter 200.000. Man sieht also, wie hoch die Leute sich verschulden müssen. Und das liegt halt vor allem daran, dass die Immobilienpreise wahnsinnig gestiegen ist. Allein im vergangenen Jahr ist nochmal der Immobilienmarkt zweistellig gewachsen. Und wenn man mal guckt, in der vergangenen Dekade haben sich Immobilien im Schnitt um 7,7 Prozent verteuert. 7,7 Prozent. Und das ist wesentlich schneller gelaufen als die Einkommen. Und jetzt kann man sich natürlich ganz einfach ausrechnen, wenn was schneller steigt als die Einkommen, können sich immer weniger Leute das leisten, beziehungsweise die Leute, die es leisten wollen, die müssen halt sich immer stärker verschulden. Und was man jetzt schon an den Statistiken sehen kann, die Tilgungsanteile werden immer kleiner. Also bisher war, wenn man einen Kredit aufgenommen hat, weil die Zinsen ja so niedrig sind, sagen die Banken, nimm mal bitte eine hohe Tilgung, weil sie nicht so zwei oder drei Prozent, damit, wenn dann irgendwie der Anschlusskredit kommt und dann die Zinsen höher sind, dass dann nicht jeder sofort platt ist. Und diese Tilgung, die jetzt die Leute abschließen, ist jetzt schon von 2,8 Prozent 2020 auf 2,6 Prozent 2021. Also die Leute können sich auch gar nicht mehr leisten, weil man muss ja die monatliche Summe sich leisten können. Man sieht schon daran, dass das Ganze krankt. Man sieht auch, dass die Mieten mittlerweile nicht mehr angehoben werden können. Ich habe letztens mit einem Unternehmer in Berlin gesprochen, und er meinte, der Kripp würde keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr aus dem Ausland bekommen, weil die Leute einfach keine Wohnungen mehr in Berlin, bezahlbaren Wohnraum mehr fänden. Und dann wird es auch zum sozialen Problem. Und dann haben wir also A, ein Finanzierungsproblem, also die Nachkäufer, die ja den Boom am Laufen halten müssen, können sich nicht mehr leisten. Auf der anderen Seite ein soziales Problem, dass die Mieten sich nicht mehr, also die Mieten immer weniger Leute sich leisten können. Und das zusammen, glaube ich, wird dazu führen, dass ich glaube nicht, dass es jetzt zu einem wahnsinnigen Ausfall kommen wird, weil die Deutschen immer noch nicht so hoch verschuld sind, wie die Amerikaner es damals waren, immer noch die meisten Finanzierungen immer noch unter 100 Prozent sind. Also insofern ist da auch nicht gleich mit Dauerpleiten oder sonst was zu rechnen. Aber was ich glaube ist, in diesem Jahr wird der Immobilienmarkt höchstens noch mit der Inflationsrate mitwachsen. Und dann hat man also real, wird es kein Wachstum mehr geben. Im vergangenen Jahr, wenn man es real angeguckt hat, war es 8 Prozent plus. Und das war hinter Türkei, Russland und ich glaube irgendwelchen Neuseeland war es eine der am besten wachsenden Märkte noch in Deutschland. Und daran sieht man, dass wir uns in Regionen befinden, die ja schon sehr bubbly sind. Und deswegen würde ich als Wette dieses Jahr wieder machen, nicht stärker als die Inflation. Ja, die Wette würde ich annehmen. Ich glaube zwar auch, also wir hatten ja, du hast gesagt, im zweistelligen Bereich, genau ich habe hier nochmal die Zahlen da, die Bloomberg jetzt vorab veröffentlicht hat. 14 Prozent sind im letzten Jahr nominal. Also der normale Preisanstieg jetzt, nicht inflationsbereinigt, nominal. Eben 14 Prozent sind die Preise gestiegen. bei Home-Prices, also Hauspreisen. Und das im Schnitt? Das im Schnitt. Für Wohnungen und Häuser. Und inflationsbereinigt, also real waren es dann 8,6 Prozent. Und es war der 124. Monat in Folge, in dem die Preise angestiegen sind. Und wie du gesagt hast, ja, da sind wir nach Türkei, Australien, Nostzeeland, Russland. Und ich meine, Türkei ist ja wirklich ein Hochinflationsland. Und trotzdem sind aber auch dort nochmal real, also inflationsbereinigt, die Preise nach Abzug der hohen Inflation von, also nominal waren die Preisanstieg bei 40 Prozent und nach Inflationsabzug in der Türkei bei über 20 Prozent, noch knapp über 20 Prozent. Das zeigt eben, dass gerade in inflationären Zeiten dann gerade auch Immobilien gesucht werden, ja, als Inflationsschutz. Das ist, glaube ich, das eine, was weiter der Preistreiber sein wird. Und dass deswegen die Preise jetzt erstmal weiter ansteigen werden, vor allem in diesem Jahr, weil jetzt wirklich das Thema Inflation ja wirklich in der breiten Masse angekommen ist. Wir sehen das, dass sich Leute für Aktien endlich mal interessieren, aber auch für Immobilien, für vorsichtigere Anleger. Es ist unheimlich viel Geld ja da. Wir müssen uns gar nicht mal sprechen von dem, was auf Pump gekauft wird, sondern erstmal, wenn die Leute anfangen, erstmal ihre Tagesgeld und Cashbestände abzubauen. Nach Schätzungen der EZ, die genauen Zahlen von der Bundesbank haben wir noch nicht, aber das Geldvermögen der Deutschen wird in diesem Jahr wahrscheinlich bei 7,7, ich habe es rausgesucht. 7,7 Billionen war es, glaube ich. 1 Billion, ne? Und davon alleine 3 Billionen, glaube ich, auf Tages. Genau, ungefähr 40 Prozent davon, also von 7,7 Billionen. Es ist eine unglaubliche Summe. 40 Prozent davon, also sind dann nach Kopfrechnung weit über 3 Billionen, die auf Tagesgeldkonten und quasi als Cash sehr schnell verfügbar da rumliegen. Und jetzt checken die Leute langsam, dass sie zum einen nicht nur Negativzinsen zahlen müssen, sondern dass eben auch die Inflation ihr Geld auffrisst und suchen doch verstärkt nach Schutz. Und das sagen auch immer wieder Vermögensverwalter und so weiter, die darauf spezialisiert sind, dass eben als Inflationsschutz doch die Immobilien sehr, sehr gefragt sind. Zum Beispiel Immobilienfinanzierungsberater Hütig und Rompf hat da auch einiges aufgelistet und sagt, Kapitalanleger schlagen vermehrt am Immobilienmarkt zu und Wohnimmobilien sind als langfristiger Inflationsschutz gefragt. Und da werden dann eben auch gerade Eigentumswohnungen gesucht. Kapitalanleger haben da im Schnitt zum Beispiel 388.000 Euro ausgegeben für eine Immobilie, Eigennutzer 547.000. Also die suchen eher kleinere Wohnungen im Schnitt, aber eben um das zur Vermietung dann eben als Kapitalschutz zu verwenden. Und warum sind Immobilien ein Inflationsschutz? Aus zweierlei Gründen können sie helfen, weil natürlich, wenn die Preise weiter steigen, zumindest im Rahmen der Inflation, sie als quasi als Sachwert damit steigen. Und auch die Einnahmen, also die Mieteinnahmen steigen ja in der Regel mit der Inflation. Das kann man auf jeden Fall als Vermieter machen. Man kann eine Indexmiete machen, die man quasi an den Verbraucherpreisindex koppelt. Und dann kann man seine Miete mit, habe ich bei einer Wohnung auch, einfach steigen. Und dann kann man sie sogar auch über die anderen geltenden Obergrenzen im Rahmen der, welche Mietpreisbremse haben wir? Die Mietpreisbremse. Mietendeck haben wir ja nicht gekriegt. Mietpreisbremse ist bundesweit. Die Mietpreisbremse ist bundesweit und die will die Ampelkoalition ja bis 2029 verlängern. Also es ist natürlich bei den Mieten ist weiter schon ein gewisser Deckel drauf, zumindest eine Bremse. Und deswegen sind ja auch die Mieten längst nicht mehr so stark gestiegen wie die Kaufpreise. Aber trotzdem hat man hier noch die Chance, dass wenigstens mit der Inflation auch die Mieten dann steigen. Und insofern ist es dann eben auch für Anleger nochmal ein guter Inflationsschutz. Und ich glaube, das wird sehr, sehr viele Käufer in den Markt treiben. Dann werden auf der anderen Seite der Trend zum Eigenheim und so weiter aus der Pandemie gelernt. Die Suche danach, wer auch immer es sich leisten kann, wird versuchen, das zu realisieren. Da sind ja viele noch am Suchen. Und ich glaube, jetzt kommt so langsam ein bisschen die Torschlusspanik, weil man merkt, okay, die Preise sind immer teurer geworden. Und vor allem jetzt fangen ja auch die Zinsen an zu steigen, die Bauzinsen. Die sind zuletzt doch deutlich angezogen von teilweise für 10-jährige Kredite von unter 1 Prozent steigen die jetzt schon in Richtung 1,5 Prozent. Und das liegt eben an der Zinsentwicklung, die wir eingangs skizziert haben, dass die Bundesanleihe jetzt eben kurz vorm positiven Terrain ist. Und das treibt eben auch die Bauzinsen, denn die orientieren sich eben vor allem auch an der Bundesanleihe hierzulande. Und Leute merken also, dass die Bauzinsen anziehen. Und da werden sicherlich viele, die immer bisher gedacht haben, wir können ja noch abwarten, die Zinsen sind ja niedrig, jetzt sagen, wir müssen jetzt mal irgendwann den Sack zumachen und gucken einfach, dass wir ein Objekt finden. Das wird weiter für Nachfrage sorgen. Daneben ist ja immer noch eben eine große Nachfrage grundsätzlich nach Wohnungen da. Also der Markt ist noch nicht angebot- und nachfragemäßig quasi ausgeglichen. Und da ist viel Bedarf da. Und gerade die Leute auch, die keine Mietwohnung finden, gerade in den großen Städten, weil die Mieten ja gebremst sind zumindest. Die kaufen dann. Wenn sie es können, kaufen sie. Also ich habe aus eigener Vermietungserfahrung in Berlin gesehen, als ich da eben mein Mieter-Casting gemacht habe, wie gut einfach Leute da verdienen. Und die wollten aus verschiedenen Gründen noch nicht sich was kaufen. Aber wir haben gesagt, eigentlich würden wir uns was gerne was kaufen, aber jetzt brauchen wir noch für zwischendrin was. Und da ist schon auch viel, es gibt einfach viele Gutverdiener in solchen Städten. Das glaubt man auch gar nicht. Und gerade Berlin, eine Stadt, die immer mehr zur Start-up-Hauptstadt wird, auch gerade wieder wahnsinnige Gelder im letzten Jahr hier reingeflossen sind. Da gibt es schon auch wirklich viele Gutverdiener, gerade in der Digitalbranche, die diese Preise auch bezahlen können. Und das ist eben auch ein anderer treibender Faktor. Und dann ist vor allem auch dann die Inflation, die Baupreisinflation ein treibender Faktor, der glaube ich, gerade in diesem Jahr nochmal einen richtigen Schub geben wird. Denn die Wohnbaukosten, die sind ja dramatisch teilweise schon gestiegen. Die Materialkosten sind dramatisch gestiegen. Aber teilweise konnten die Unternehmen das ja noch nicht so richtig umlegen. Die operieren ja oft mit Festpreisen und konnten die gestiegenen Materialpreise oft gar nicht weitergeben. Und bösen Holz und Stahl haben sich stark verteuert. Und deswegen sind schon im letzten Jahr gewisse Gewerke deutlich gestiegen. Ich habe hier mal von November die Zahlen im Vergleich zu November 2020. Da gab es den stärksten Anstieg bei den Zimmer- und Holzbauarbeiten. Die sind um 38,9 Prozent. Die Dachlatte. Ja, Dachlatte. Die Dachlatte, ja. Aber braucht jedes Haus, braucht ein Dach, auch ein Flachdach. Und 38,9 Prozent, aber auch für Entwässerungskanalarbeiten um 18,2 Prozent. Für Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten 17,1 Prozent auf Jahresbaß. Klempenarbeiten um 16,8 Prozent. Also diese Baukosten sind alle stärker gestiegen als der Hauspreisindex, der genannte, um 14 Prozent. Und ich gehe davon aus, dass das erste Anfang ist, dass viele dann erst diese gestiegenen Materialkosten erst umlegen werden und dann richtig nochmal eine Schippe drauflegen werden. Weil auch nicht nur Material ist knapp, sondern auch nach wie vor Bauarbeiter und so weiter und Fachkräfte am Bau sind knapp. Alle Gewerke sind knapp. Das weiß jeder, der mal einen Handwerker gerufen hat. Und von daher, diese Knappheitspreise, die werden bleiben. Und das wird sich nochmal eine Zeit lang beschleunigen. Gehe ich fest von aus. Und dass wir dieses Jahr, also ich glaube auch fast eher wieder, wir wenden ja auf die Inflation, ich glaube eher, dass wir wieder in so Richtung, nicht mehr ganz so stark steigen wie dieses Jahr, aber schon eher wieder in Richtung 10 Prozent nochmal da ein Ticken drauflegen. Und dann gibt es dann immer so einen Run-Effekt und das, glaube ich, wird auch noch bis weit ins nächste Jahr hineingehen, 2023. Die Deutsche Bank hat letztes Jahr, die hatte ich letztes Jahr auch schon mal zitiert, dann diese Studie, schon ganz interessante Trendwende ausgemacht. Diege glauben, dass so im Schnitt 2024 dann in Deutschland der Boom vorbei sein könnte und der Zyklus endet. Und dann rechnen sie dann mit Rückgängen über drei Jahre hinweg, glauben sie aber dann, dass die Hauspreise dann im Schnitt um 5 Prozent einbrechen. Das ist natürlich dann auch gar nicht dramatisch. Da ist jetzt nicht dieser große Crash wie in Amerika oder was, sondern das ist einfach nur eine kleine Preiskorrektur. und dass sie im Anschluss dann wieder um 2,5 Prozent pro Jahr steigen. Und deswegen rechnen sie damit, dass über die Dekade hinweg um 24 Prozent im Schnitt in Deutschland die Hauspreise steigen, trotz dieser Korrektur. Also man muss sich dann auch nicht zu viele Sorgen machen, dass jetzt der ganz große Crash kommt oder darauf warten vor allem, wenn man sagt, ich will eigentlich meine Immobilie. Also jetzt zu warten auf den großen Einbruch, ich glaube, da müsste man wirklich noch ein bisschen warten. Das ganz große Risiko sind für mich die Zinsen. Und die werden sich aber erst in ein paar Jahren auswirken, möglicherweise, wenn wirklich Anschlussfinanzierungen anstehen von den Darlehen, die über zehn Jahre finanziert wurden, die auf Kante genäht wurden und die dann auslaufen. Und wenn dann, und ich glaube schon, dass die Zinsen auch weiter steigen werden, die Zinsen wieder möglicherweise in Terrasse von 3 Prozent oder was könnten ja Leute vielleicht auch, oder noch höher stehen, dann Leute mit ihren Finanzierungen Probleme kommen, das wäre dann wirklich ein Problem. Da könnte es dann wirklich mal eine kräftigere Korrektur geben, wenn das so wäre. Das ist das größte Risiko. Aber bis dahin, glaube ich, werden jetzt leicht steigende Zinsen eher noch den Markt befeuern, weil man sagt, die will ich mir jetzt einfach nochmal sichern und die will ich noch mitnehmen. Vielleicht zwei Anmerkungen dazu. Für die Leute, die selbst drin wohnen wollen, die können sich, meines Erachtens, es können sich immer weniger Leute leisten und für die Leute, die es als Kapitalanlage sehen, da hast du ja selbst gesagt, die Baukosten gehen hoch, die Mieten steigen nicht im gleichen Ausmaß, die Politik wird aufpassen, dass das nicht passiert. Wenn du jetzt mal guckst, wie viele Mieten sind wirklich indexiert, das kannst du ja an der Inflationsrate festmachen. Die Inflationsrate steigt derzeit für Wohnungen, für Mieten immer so zwei Prozent ungefähr. Und die andere Inflationsrate in Deutschland, da haben wir jetzt über drei. Du siehst also, wie wenig Mieten da dran gemacht worden sind. Also insofern für Leute, die als Kapitalanlage sehen, für die wird es immer unrentabler. Die müssen Multiple zahlen, KGVs wie von einem hochbewerteten Technologieunternehmen. Also die müssen halt, weiß ich nicht, die 40-fache Jahresmiete machen. Das wäre ein KGV 40 oder teilweise sogar mehr. Also die haben dann irgendwie auch keinen Bock mehr drauf, das zu machen. Und ich glaube, die beiden Effekte, ich weiß nicht, ob es jetzt schon in diesem Jahr dazu kommen wird, dass sich das abschwächt. Aber wenn die einen nicht mehr sich leisten können und die anderen keine Rendite mehr machen können, dann ist es nicht mehr so doll. Und vielleicht kannst du sagen, das Irrationale und die Torschlusspanik wird überwiegen und die Leute wollen es jetzt trotzdem aufbiegen und brechen. Und beim Hauskauf, da ist man, habe ich ja selbst festgestellt, nicht unbedingt immer der rationale, kühle, berechnende Käufer und guckt, ob auch wirklich die Rendite stimmt. Aber ich würde sagen, an dieser wird es vielleicht schwieriger. Einbruch würde ich auch nicht denken, aber eben auch nicht. Die Frage ist ja dann immer, was, wenn jemand irgendwie grundsätzlich eine Immobilie kaufen will, ich möchte jetzt auch keine mehr kaufen zu dem Preis. Ich könnte es mir auch nicht mehr leisten. Ich habe neu geguckt, war Neubau hier im Prenzlauer Berg und nicht mehr ganz die tolle Lage, die wir zum Beispiel haben. und da war dann schon im ersten OG ein Quadratmeterpreis von 10.000 Euro und im Helmholzviertel kann man sagen, aber so mehr Richtung Prenzlauer Allee schon ein bisschen abgeschlagen. Das ist ja jedenfalls das Leben ist schon fast. Das ist nichts. Also das ist schon ein bisschen weiter eben, aber auch nicht ganz weit draußen. Also das ist so. Und Dachgeschosswohnungen, Penthouse, so 15.000 für den Quadratmeter. Ich habe letztes Jahr schon mal in der Torstraße eine gesehen, 25.000 für den Quadratmeter. Und Münchner, Freunde, mit denen ich telefoniere, die sagen, 25.000, das ist ja überhaupt kein Preis. Das ist schon quasi Gang und Gäbe. In München zahlt man einfach schon mal so 25.000 für viele Objekte. Das sind einfach so die Preise, die bezahlt werden und die von anderen großen europäischen Metropolen auch gewohnt sind. Und die immer wieder und auch Ausländer, die herkommen. Es gibt so viele Leute, die einfach Geld haben auf dieser Welt, die sich in einer coolen Stadt, ich kenne natürlich vor allem den Markt in Berlin, den ich beobachte. Aber interessanterweise übrigens die Deutsche Bank, vielleicht das noch in dieser Studie letztes Jahr, hat ganz große Unterschiede bei diesen Zyklen gemacht und gesagt, okay, 2024 im Schnitt, aber Berlin eben, sagen sie, da geht der Zyklus bis 2026. Und dann Leipzig. Das ist super. Bis 2030. Dann Heipzig. Das glaube ich sofort. Genau, geht bis 2030. Heipzig bis 2030, glaube ich sofort. Heipzig bis 2030, sagen sie. Ja, Leipzig ist Leipzig. Hannover aber auch bis 2030. Ich weiß nicht, wer nach Hannover ziehen will. Hannover? Düsseldorf, Köln auch bis 2030. Ich weiß nicht, Köln ist... Ja, aber es geht ja um den Durchschnitt. Aber es geht um den Durchschnitt. Genau. Der Durchschnittspreis, da darf man nicht seine Beobachtung lieber vom Nachbarn aus hat. Aber München, sagen sie, ist eigentlich der Dings 2020 schon vorbei, ja, der Zyklus, ja. Siehst du? Und wenn das dann wiegt, dann hat es vielleicht... München ist einfach wahnsinnig teuer. Wir haben wieder die Wette, so wie im letzten Jahr. Du hast schon zweimal die Wette gewonnen. Mal sehen, ob du es dieses Jahr auch wieder gewinnst. Wir haben unser gutes Ziel 1.30 haben wir eingehalten. Nicht vergessen anzumelden www.welt.de-dudes-live. Also zumindest dann, wenn ihr uns mal live als Matadoren streiten sehen wollt. Und ja, wenn ihr das nicht wollt, dann einfach uns wenigstens... Ich habe festgestellt, bei Spotify, da haben wir nur so tausend Dingens. Da gibt es mehr. Fast tausend Dingens. Ja, nur tausend nicht. Da gibt es Bewertungen. Das ist ja ganz neu jetzt. Das kennt man ja nicht so richtig. Leute, da geht wirklich mehr. Ja, das wäre wirklich toll. Wir freuen uns ja wirklich immer, diese tollen Mails überbekommen. Aber richtig gut für alle, für die Welt, sichtbar ist es dann wirklich, wenn ihr da zwei nette Sätze reinschreibt. Nee, das kann man bei Spotify nicht machen. Das kann man einfach nur fünf Sterne. Ah, nur fünf Sterne? Nicht den falschen Finger, dann irgendwie auf einen Stern klicken. Wenn ihr seht, wir sind bei fünf angekommen, das ist dann ein bisschen viel, dann macht ihr vielleicht vier. Aber bei Apple Podcasts kann man bewerten. Ja, bei Apple Podcasts kann man auch einen Kommentar dazu schreiben. Da schreiten ja, da rotzen sich ja dann immer irgendwelche Leute raus, die mal zufällig reingehört haben und mit unserer Art nicht zurechtkommen. Und die schweigende Mehrheit, die meldet sich da nicht sofort. Die soll sich melden. Die schreibt uns immer. Eigentlich muss es unbegekehrt sein. Wenn euch was nicht passt, schreibt uns. Wir haben eine sehr fundierte Mails zum Thema Atomkraft zum Beispiel zu deiner Empfehlung, einer Idee, das nehmen wir uns alles, wir gucken uns das alles an und nehmen uns vieles zu Herzen. Auch zur Impfdebatte gab es wahnsinnig viele Mails und wirklich sehr, sehr fundiert, ganz lange argumentiert und das sind alles Dinge, die wir uns anschauen, die wir uns auch beschäftigen. Das ist in der Tat so. Aber es ist halt eine Debatte und wir versuchen hier ja auch, unsere Argumente zu bringen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, muss man auch immer dazu sagen. Auch bei allen Debatten. Und wenn wir über Atomkraft darüber reden, wir haben ja auch gesagt, wo man aufpassen muss oder wo nicht aufpassen muss. Das heißt nicht, dass wir glühende Anhänger da sind, aber wir denken halt alles. Bei uns gibt es keine Scheuklappen. So ist es. Und dann ist es ja auch immer die Anlegerfrage. Muss jeder selbst wissen, ob er damit leben kann oder nicht. Es sind immer nur Ideen. Alles, was wir von uns geben, es sind nur Ideen und wir wollen hier wirklich anregen zum eigenen Denken, zum eigenen Diskutieren. Und wenn dann jemand eine Mail schreibt, freuen wir uns ja auch, dass jemand auch selber mitdiskutieren will. Aber wenn es fünf Sterne sind, freuen wir uns auch. Da freuen wir uns auch. Gut, jetzt haben wir das auch mal erklärt. Das Wort zum Dienstag. Und ansonsten sind wir durch und sagen wie immer Tschüss. Und Tschau. Bleiben Bulle. Und Bär. Däffner. Und Zschäpitz.